Musik Es ist der 15. März 2018, hier ist der Sendegarten. Hier hört die Stimme von Martin Rützler. Und während wir alle gedacht haben, dass der Winter jetzt tatsächlich irgendwo mal vorbei ist, sind für morgen und übermorgen schon wieder Minustemperaturen angekündigt. Ja, da könnte es nochmal frisch werden. Und bevor es aber soweit ist, machen wir heute noch eine schöne Sendung. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit den lieben Lars. Guten Abend Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und ich meine den lieben Mitsendegärtner Sebastian. Guten Abend Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und wir haben heute einen Gast auf der Gartenbank, der sich wahrscheinlich als einziger von uns Vieren, von uns Dreien, nein von uns Vieren, wie auch immer, tatsächlich mit Blumen auskennt. Also einen richtigen Experten für Blumen und noch vieles, vieles mehr. Den Sven vom Proton Podcast. Guten Abend Sven. Moin Moin. Moin. Das klingt, als würdest du uns aus dem Norddeutschen ansprechen. Ich weiß aber, dass das gar nicht ist. Warum sagst du Moin? Kommst du daher ursprünglich? Einfach nur, weil es schön ist. Ich fand es immer wieder schön. Das stimmt, das ist sehr schön. Das ist wohl wahr. Hast du mit den tiefen Temperaturen irgendwas zu tun? Musst du morgen früh wieder irgendwie Schnee fahren, Schnee schieben oder so? Morgen nicht, aber übermorgen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir wieder mal Überstunden schieben und Schnee natürlich. Überstunden und Schnee schieben. Das ist genau das. Du gehörst zu den Menschen, die die Straßen frei machen. Ja, allerdings eher die Gehwege, die Straßen machen die Kollegen und mit den LKWs und wir machen als Handstreu Winterdienst das, wo halt der Schneeflug nicht hinkommt und auch der Kleintrecker nicht, nämlich zwischen Ampeln und sowas und an Treppen. Solche Sachen muss auch gemacht werden. Also alles das, was an städtischen Flächen ist, wo halt keine große Maschine fahren kann. Das heißt wirklich Handstreu Winterdienst, das ist ja ein tolles Wort. Das muss man jetzt mal notieren hier. Typisch, das ist Farberwinterdienst und Handstreu Winterdienst. Weil wir halt wirklich mit der Hand den Schnee wegschaufeln und da mit der Hand nachher Splitt und ein bisschen Salz dabei streuen. Okay, warum du das machst und wie du dazu gekommen bist, da reden wir gleich mit dir darüber, wenn wir auf der Gartenbank angekommen sind. Aber lass uns eben noch kurz vorher einmal in die neue Ernte reinschauen. Wenn wir uns an die letzte Episode erinnern, da hatten wir eine Zusendung vom Martin, vom Metacast. Nee, das war gar nicht wahr, das war keine Zusendung. Ich hatte ihn aufgenommen, als wir bei dem Wochenende waren. Da hat er uns ja erzählt, wie er den Sendegarten hört. Nämlich in einer für ihn passenden Reihenfolge der Kapitelmarken sozusagen. Und der Sascha, der hat sich ein Herz gefasst und gesagt, ja, wenn der das erzählt, dann will ich das jetzt aber auch erzählen. Und er hat uns geschickt per Mail einen Audiobeitrag. Den hat er beschrieben mit, ihr wolltet wissen, wie der Sendegarten gehört wird. Ich habe euch hier mal ins Handy gesprochen, wie ich das so mache. Ja, das macht der Sascha nämlich so. Hallo Sendegärtner, ihr wolltet wissen, wie der Sendegarten so gehört wird. Ich höre den Sendegarten auch zweigeteilt. Auch erst den hinteren Teil, dann den vorderen Teil. Bei mir ist es so, ich komme donnerstags meistens erst so kurz vor 10. Dazu mich live in den Livestream und in den Chat einzuklinken. Höre dann da meistens noch das Querbeet und die Setzlinge und die Blütenschätze und vor allem die Postshow. Die ist immer sehr schön. Und wenn dann die Aufzeichnung draußen ist, dann höre ich zeitsouverän eben die Gartenbank und die Begrüßung noch nach. Da mache ich es mir dann wirklich auch gemütlich, entweder auf einer längeren Autofahrt oder wenn ich mal abends schön Zeit habe und es mir da gemütlich machen kann. Es grüßt euch, der Sascha. Und wir grüßen mit herzlichem Dank an dich zurück. Also noch eine Variante, wie man den Sendegarten hören kann. Ich finde es ja total schön, dass da Autonomie, Hörautonomie ausgebrochen ist. Das ist gut. Macht das einfach, wie ihr wollt. Das ist einfach schön. So, bei mir ist sonst nichts weiter eingegangen an Feedback. Habt ihr noch irgendwas mitbekommen? Ihr beiden anderen? Nein, ich nicht. Sebastian und Lars? Nein. Gut. Dann machen wir uns gleich mal auf den Weg und kommen auf die Gartenbank. Heute nicht, aber morgen früh hat der Gast der heutigen Sendung, nämlich der Sven, Handstreu Winterdienst. Ich liebe dieses Wort jetzt schon. Ich habe es mir notiert. Es ist einfach wunderbar. In welchem Rahmen machst du das, Sven? Also im Prinzip kann man sagen, ich bin Stadtsoldat und bei der Stadt Siegen und da arbeite ich seit 2013 und das ist ein Großbegriff Straßenreinigung und zur Straßenreinigung zählt bei uns, also die kleinen Mülltonnen am Bahnhof leermachen und solche Sachen, dann alles, was an Papier rumfliegt oder auch mal eine illegale Müllhalde im Wald wegmachen. Dann im Sommer halt alles, was an Grünzeug zwischen den Fugen herauswächst, auch Fußwegen und so, das muss dann weggemacht werden und im Winter halt das weiße Zeug, was auf den Wegen rumliegt. Ist das, also, ist, wie soll ich sagen, es gibt, ich wohne hier in der Nähe des Rathauses und jeden Morgen sehe ich hier einen Menschen, der hat so einen Mülleimer auf Rädern, den schiebt er auf so einer Karre, den schiebt er vor sich her und der pickt aus den Grünanlagen hier rund um den Bahnhof und das Rathaus, pickt er diese, was für immer an Papier und sonst was da rumfliegt. Ich finde das so wunderbar, dass er hier dafür sorgt, dass diese ganze Umgebung so sauber bleibt, dass ich mir eigentlich jeden Morgen Dank sagen möchte, was ich allerdings nicht tue, weil ich ihn meistens nur aus dem Fenster sehe. Wie begegnen dir die Menschen? Hat schon mal einer Danke zu dir gesagt dafür, dass du das machst? Das gibt es tatsächlich. Also ich renne ja jetzt wirklich jeden Morgen in Siegen durchs, wirklich mitten durchs Zentrum. Ab 6 Uhr fangen wir an und es kommt durchaus mal vor, dass Leute sagen, finden wir gut, was ihr hier macht und hauptsächlich von wegen, die Arbeit wird euch niemals ausgehen. Ja, das ist, aus jobtechnischen Gründen sage ich ja, gerne, aber so ansonsten, wenn die Leute weniger Müll wegwerfen würden, dann hätten wir weniger zu tun. Ist so eine zweischneidige Sache. Ja. Ist das so einigermaßen kontinuierlich so, das Aufkommen oder gibt es dann auch saisonale Unterschiede, dass ihr dann auch mal Schwerarbeit leisten müsst, weil Fußballspiel wird jetzt nicht unbedingt in Siegen unbedingt so viel sein, aber irgendeine Großveranstaltung, die ihre Spuren hinterlassen hat? Das gibt es eindeutig. Es gibt halt tatsächlich eine Art Wochenrhythmus. Das sind dann halt typischerweise die beiden Wochenendtage, Samstagmorgen, Sonntagmorgen, halt von Freitagabend feiern, Samstagabend feiern. Und eine Besonderheit in Siegen von Mittwoch auf Donnerstag, weil mittwochs in der Siegener Partymeile halt, das nennt sich, glaube ich, Studentenmafia. Das ist eine regelmäßige Veranstaltung in einem Musikklub Meier. Und das halten die Studenten halt ziemlich aktiv nachts. Und da hat sich der Rest der Siegener Partymeile, hat sich daran angepasst, dass halt mittwochs immer was los ist. Und dementsprechend ist es Donnerstags immer Großkampftag morgens. Aber bis halb acht ist, haben wir dort alles wieder aufgeräumt, egal wie viel es ist. Das ist so der Wochenrhythmus. Und dann gibt es halt so Sachen wie Stadtfest. Das haben wir dieses Jahr im September. Letztes Jahr hatten wir das im Juni gehabt. Und da war zur Eröffnung von einem Städtebauprojekt. Wir haben, wir hatten früher die Sieg, die wir danach Siegen ja benannt, hatten wir ein großes Parkdeck obendrauf. Und das ist so eine Bausünde der 60er, 70er Jahre. Und das ist sowieso marode gewesen. Und dann wurde halt das Städtebauprojekt dieses Parkdeck entfernt und dort eine Stufenanlage gebaut. Ähnlich wie das, was in Köln-Dolz gebaut wurde, nur eine Nummer kleiner. Und das ist dann letztes Jahr fertig geworden. Da hatten wir ein großes Stadtfest und das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir richtig was zu tun haben, das ganze Wochenende lang. Das war von, was war das hier, der zweite Donnerstag, Donnerstagsfeiertag, von Leichnam bis zum Sonntag danach. Da war also richtig was los in Siegen. Und ansonsten haben wir halt das typische Silvester. Und das sind so die Haupttage, wenn halt irgendwie eine andere Veranstaltung ist. Du hast es gerade so schön Stadtsoldat genannt. Das klingt eher, das hat so einen positiven Beiklang irgendwie. Der Soldat, der sorgt halt irgendwie dafür, dass das Frieden herrscht. Naja, nee, passt nicht so ganz. Aber empfindest du das als positiven Job? Also machst du das gerne? Ich mache es eigentlich grundsätzlich gerne, weil ich dann, es ist auch Routine, weil es halt wirklich jeden Tag das Gleiche ist morgens. Also bis zur Frühstückspause, so um acht, halb, neun. Da machen wir jeden Tag das Gleiche und ich mag Routinen. Und ansonsten, wir haben unsere Pläne, wo wir halt, die Stadt ist aufgeteilt. Wir haben vier Kolonnen, da ist das ganze Stadtgebiet aufgeteilt. Jeder hat ein Viertel der Stadt. Und da dann auch von Montags bis Freitags aufgeteilt. Nochmal in kleinere Abschnitte. Und nach der Frühstückspause nehmen wir uns dann immer einen Teil davon vor. Und sorgen dafür Ordnung. Was ich halt am Anfang gesagt habe, im Winter Schnee, im Sommer Grünzeug und halt Müll und solche Sachen. Und das ist einfach nur, man merkt, dass man was getan hat. Ist teilweise manchmal ärgerlich, wenn man wieder mal die Hundehaufen aus dem Park wegmachen muss. Aber ich empfinde es als eine sinnvolle Sache. Ja, sinnvoll ist es auf jeden Fall. Also ich kann mich erinnern, dass beim Kongress jetzt, als wir in Leipzig waren, da ging zwischendurch mal eine Meldung über den Tweet. Wir danken dem Flaschen oder dem Pfandsammeldienst oder so. Wenn ihr nicht wäret, würden wir in einer halben Stunde in leeren Flaschen ertrinken. Also die Tatsache, dass da Menschen hinter anderen Menschen herräumen, die ist sehr, sehr sinnvoll und sehr notwendig. Manchmal sieht man ja auch in Italien, wenn dann der öffentliche Dienst streikt und die Müllberge wachsen, wie unangenehm das da sein muss. Und wir können froh sein, dass es dann kein Geruchsfernsehen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz schön anfängt zu müffeln. Hast du schon mal, achso, warte mal, sind nicht gerade Gehaltsverhandlungen? Du bist doch wahrscheinlich im öffentlichen Dienst, ne? Ja, das ist, es ist, also bei uns ist im Moment noch nichts angehört, dass wir irgendwie Warnstreiks oder sowas angesetzt haben. Das ist ja auch bei Warnstreiks, da streikt ja nicht jeder. Aber ab und zu mal kann es mal sein, dass ein paar Stunden lang was gemacht wird. Aber das muss ja auch nicht unbedingt in Siegen sein. Das hört man in der Nachrichten-Mamor, wenn dann ist Warnstreik in Stadt XYZ und da streikt die Müllabfuhr und hier streiken die Straßenreiniger oder sonst irgendwie sowas. Aber das ist halt nicht so wie ein richtiger Streik. Also dann gibt es, vor zwei Jahren sind wir dann halt nach Dortmund gefahren zu dieser großen Kundgebung da. Und danach waren die Verhandlungen ja auch schon zu Ende, da ist ja gar nicht so richtig großen Streiks gekommen. Das ist klug, wenn man sich dann frühzeitig einig wird, damit man die großen Streitereien vermeiden kann, ganz klar. Gibt es da eigentlich feste Rituale? Also ich habe so die Vorstellung, dass zum Beispiel die Frühstückspause immer exakt zur richtigen Zeit oder zur gleichen Zeit stattfindet, wie so ein festes Ritual. Ist das jetzt eine Einbildung von mir oder entspricht das der Wirklichkeit? Die Pausenzeiten sind uhrzeitmäßig festgelegt. Also die Frühstückspause ist für Viertel nach acht bis halb neun und die Mittagspause ist von halb zwölf bis zwölf Uhr. Und das ist halt tatsächlich so mit der Kantine auch so. Wir haben eine eigene Kantine bei unserem Bauhof und das ist tatsächlich genauso festgelegt. Wir sind ja nicht nur die Straßenräume, es gibt ja auch noch die Gärtner und es gibt auch noch die Werkstatt, wobei die Werkstatt halt nicht so viele Mitarbeiter hat, aber die Gärtner kommen nach uns dann rein und auch die Leute aus dem Büro. Wir haben ja auf dem Bauhof auch noch ein paar Leute, die halt nicht manuell Tätigkeiten machen, sondern halt Verwaltungskram, was halt auf einem Bauhof anfällt, der halt auch für die Müllentsorgung zuständig ist. Da gehen halt die Bürger hin, die irgendwas mit Müll und Mülltonnen und sowas haben. Verstehe. Du hast ja eine Nähe zu Blumen. Du hast heute Nachmittag noch einen Tweet losgeschickt, da hast du eine Blumenwiese oder mehrere Bilder von Blumenwiesen getwittert und gesagt, da wäre ich jetzt gerne sozusagen. Und du schickst gelegentlich auf deinem Twitterkanal Blumenbilder. Warum bist du nicht bei den Stadtgärtnern, wenn du eine Nähe zu Blumen hast? Weil da keine Stelle offen war. Das war halt 2013, als ich noch als Berufskraftfahrer unterwegs war. 2012 habe ich den ersten Versuch unternommen, da haben sie mich nicht genommen. 2013 war die Anzeige wieder in der Zeitung, da habe ich mal wieder eine Bewerbung geschrieben, dann haben sie mich genommen bei der Stadt. Und das war halt Straßenreinigung, nicht Stadtgärtner. Und die Voraussetzung bei der Straßenreinigung war, dass man halt einen Klasse 2 Führer schon hatte. Und ich hatte ja nicht nur den, ich hatte ja sogar den kompletten Berufskraftfahrer. Und ja, beim zweiten Versuch haben sie mich genommen. Wolltest du nicht mehr Berufskraftfahrer sein? Die werden doch gerade händeringend gesucht, die Leute. Ja gut, das ist jetzt ein Thema für sich. Da verweise ich mal auf sowas wie TruckerCast und so weiter, wie es da aussieht. Also sagen wir das mal so, ein Autist auf dem LKW ist sowieso eine merkwürdige Sache. Hat aber deswegen geklappt, weil ich mir eine Nische gesucht habe, Nachtlinie, Routine. Fünf Jahre lang immer dieselbe Strecke, kannte jede Schlag doch mit Vor- und Zunahmen. Und hatte auch, nachts hat die Dispo geschlafen. Das heißt, das Telefon hat nie geklingelt. Aber halt die gesamten, ansonstigen Rahmenbedingungen von Bezahlung, Polizei und allgemeinen Zustände in dem gesamten Gewerbe. Da hatte es doch einen Reiz, geregelte Arbeitszeiten bei der Stadt zu haben. Das war einfach nur mal eine Gelegenheit, die ich dann angenommen habe. Ansonsten wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch am Fahren, weil die Nische gibt es immer noch. Jetzt hast du gerade das Wort Autist schon angesprochen. Was ist denn, also du bezeichnest dich als Autist, deswegen darf ich auch so offen darüber reden, weil du das auch offen kommunizierst. Was ist denn die Schwierigkeit für jemanden, der autistisch ist, mit der Umwelt irgendwie klar zu kommen? Also was ist denn das Problem zum Beispiel tagsüber Auto oder LKW zu fahren? Sind das die Reize, die zu viel sind oder magst du nicht kommunizieren mit anderen Menschen? Was macht dir das Problem? Das ist wirklich der Punkt, also bis, ich bin ja auch so ein spät diagnostizierter Asperger, ich bin jetzt 42 fast. Meine Diagnose habe ich erst 2010 bekommen, weil ich vorher, ist es halt nicht so sehr aufgefallen. Ich war zwar auch als Kind in Heimen, auch mal in einer psychiatrischen Klinik und so weiter, weil die nichts mehr anfangen konnten. Die wussten ADHS und so weiter, aber in den 90er Jahren, da stand Autismus noch nicht in dem, wusste halt noch niemand Bescheid, weil erst 1990 das aufgenommen wurde in die Ausbildung von halt Psychologen und so weiter. Das heißt, das konnte keiner rausfinden, das ist, ich hatte aber auch danach dann keinen größeren Leidensdruck, weil in meinem gesamten Lebens immer halt alles geregelt war. Und 2004 habe ich dann die Berufsgradfachausbildung angefangen, einfach nur, weil ich wollte und bin dann neun Jahre lang gefahren. Und da hat es dann angefangen, dass ich halt auf Schwierigkeiten stößt, weil halt Regeln nicht eingehalten wurden. Mit Regeln, man fing schon alleine an mit geregelten Tagesablauf. Vorher Bundeswehr und alles, da gab es Dienstpläne, 16.30 Uhr fiel der Hammer. In der Schule gab es einen Stundenplan, wo man sich drauf verlassen konnte, wann Feierabend war. Die Uni, ich war sechs Jahre auf der Uni, habe also zwölf Semester Architektur-Städtebau studiert. Da gab es halt auch Stundenpläne. Ich habe das Studium nicht abgeschlossen, weil es am Ende halt keine Stundenpläne mehr gab. Das war der Teil, wo man eher selbstständiger arbeiten musste. Und ich habe mich auch noch ein wenig selbst belogen von wegen, ich wusste schon, dass ich in dem Job auch nicht arbeiten kann, weil es halt zu konfrontative Kommunikation erfordert, wenn man halt im Städtebau ist und sich da mit der Politik auseinandersetzen muss. Das ist ja ein Ingenieurberuf, man hat als Ingenieur irgendwelche klaren Fakten, warum etwas so und so sein sollte. Und die Politik sagt da, nee, das muss aber anders sein, weil meine Wähler und so weiter. Und dann, ich wusste eigentlich damals schon, dass ich in dem Beruf wahrscheinlich nicht arbeiten werde, habe mich aber noch sieben Semester lang selbst belogen, weil es lief ja. Ja, ich hatte noch einen Job, ich habe keinen Waffe gekriegt und so weiter, musste mein Geld selber verdienen, habe abends immer bei einer Spedition im Lager gearbeitet und bin damit dann halt in Kontakt gekommen, halt überhaupt mit der Fahrerei. Fahren habe ich sowieso immer gerne gemacht, habe aber dann halt nicht so realisiert, dass halt, wenn man dann in dem Job drin ist, dass es dann halt nicht mehr pünktlich um halb neun der Hammer fällt und sowas. Und von wegen, über Sachen wie Arbeitszeitgesetz und solche Sachen brauchen wir gar nicht erst zu reden. Ich wusste aber, dass es halt so ist und deswegen hatte ich von vornherein, als ich diesen Job ergreifen wollte, gesagt, ich möchte Linie fahren und ich möchte nachts fahren. Weil nachts weniger Verkehr, nachts weniger Stress, weil auch halt weniger passieren kann, also unvorhergesehenes. Und weil halt mit, wenn ich Nachtlinie fahre, fängt meine Arbeitswoche erst am Montagabend an. Das heißt, ich habe nicht das Problem, dass ich am Sonntagabend schon auf die Autobahn geschickt werde und wenn ich Glück habe, am Samstagmorgen drinne bin und so weiter. Sondern mein Wochenende ging immer bis Montagabend. Und die Problematik war dann halt aber auch, wenn ich zum Beispiel, das war so eine Linie, wo man fährt nachts los von der Heimatspedition, irgendwo in der Mitte von Deutschland trifft man sich, da ist eine Halle mit 100 Toren, wo 100 LKWs dranstehen, alle laden ihr Zeug aus, dann wird in der Halle alles wild durcheinander gewürfelt, dass jeder sein Zeug los wird und das Zeug von den anderen vor sein Tor gestellt kriegt, wieder rein in den LKW und zurück. Und ich habe 2008 mit dieser Fahrerei da angefangen. Das war ja, wenn man sich die Weltpolitik anguckt, die Zeit, wo die Finanzkrise war. Das heißt, es war relativ wenig Warenaufkommen. Das heißt, es war relativ ruhig in dieser Halle. Und dann ging ja 2009, 10, 11, ging ja langsam die Wirtschaft wieder los und das Warenaufkommen nahm wieder zu und der Stress in der Halle wurde größer. Und deswegen bin ich auch genau um diese Zeit, 2010, dann mal zum, nach Herborn. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie die, die haben sich umbenannt, Vitos-Kliniken und so weiter. Da war ein Dr. Becker, der halt mit dieser Asperger-Sache sich auskannte. Und der, bei dem bin ich dann gewesen, der hat dann mit mir halt diese ganzen psychologischen Tests gemacht, hat meine Mutter noch mit eingeladen, hat die noch befragt. Dann habe ich noch geschafft, an die ganzen Akten aus meiner Jugendpsychiatrie, Kinderpsychiatrie und Heimzeit, ich war sechs Jahre in einem Heim, das habe ich dem auch noch zur Verfügung stellen können. Und dann kam es tatsächlich raus, dass ich tatsächlich Asperger bin. Und das habe ich auch nur deswegen halt gemacht, weil auf einmal der Leidensdruck da war. Ja, wie hat sich das angefühlt? Das ist genau die, was mir gerade durch den Kopf schießt. Also du hast da zwei Jahre brav gearbeitet und irgendwann hat es dann so gedrückt, so wehgetan, was auch immer, dass du gesagt hast, ich brauche jetzt Hilfe. Was hast du da gespürt? Was war das Unangenehme? Irgendwie, das war auch wieder die Unlogischkeit von, wie andere Menschen handeln. Wie gesagt, das Speditionsgewerbe ist ein sehr raues Gewerbe, vor allen Dingen da hinten in dem Lager, wo ich dann immer nachts war. Und halt am Anfang war noch, im wahrsten Sinne, Platz, um sich aus dem Wege zu gehen. Aber dann bin ich da halt mit den Leuten aneinander geraten, weil die halt sehr emotional und wenig mit dem Kopf gearbeitet haben und so weiter. Wie gesagt, die Verkehrsregeln da mit den Mini-Gabelstaplern, das waren so ein Mittelding zwischen Gabelstapler und Handhubwagen. Die Verkehrsregeln da waren, fahr so lange, bis es nicht mehr geht und dann hupe. Keinerlei Vorausplanung. Ja, genau. Hämmchen oder hupen. Hupen. Ja, und ich konnte mich da im Prinzip nicht wehren, weil ich kam mit Logik nicht gegeneinander. Sobald man versucht hat zu kooperieren, wurde man rechts und links überholt und sowas alles. Ich hab da, wie gesagt, ich hab da, das hat trotzdem noch mehrere Jahre geklappt, weil ich hab Möglichkeiten gefunden, damit zurechtzukommen. Aber halt auf Dauer gesagt, irgendwann sagt mein Herz Game Over. Und dann kam halt irgendwann 2012, 2013, diese Sache probierst du mal bei der Stadt. Und das größte Gefühl war halt, dass ich halt die Unlogischkeit, wie andere Leute handeln, also dieses Emotionale, da komm ich nicht mit zurecht. Das verstehe ich auch nicht. Das beginnt ja wahrscheinlich im Privatleben auch. Also wenn du Nachbarn hast, die dir irgendwie mal einen Tag fröhlich begegnen und am nächsten Tag wieder muffelig, da fragst du dich auch, was ist jetzt los? Ist da irgendwas passiert oder so? Also das sind ja Erlebnisse, die man durchaus auch unabhängig vom Arbeitsplatz haben kann. Das sowieso. Also allgemein, man heißt verstehen, ich verstehe es in der Beziehung, dass wenn Leute nicht irgendwie so wie manisch depressiv einmal jetzt auf der Himmel hoch jauchzen zu wollen und dann auf der zur Tode betrübt Achterbahn hin und her fahren, man kennt seine Leute, wie sie sich verhalten, einfach nur empirisch. Aber das Warum weiß ich dann immer noch nicht. Aber du würdest das gerne wissen? Du würdest gerne wissen, warum die Menschen so funktionieren, wie sie funktionieren? Und du kommst dich dahinter? Das ja, aber ich glaube, das ist schwieriger, als irgendwann die ganz große Weltformel zu finden, von wegen, wo alle vier Grundkräfte vereinigt sind. Also das sehe ich eher als wahrscheinlich an, dass das mal irgendjemand schafft, als dass es jemand den Menschen versteht. Ja, das glaube ich allerdings auch. Das glaube ich allerdings auch. Hatte denn die Tatsache, dass da jetzt so ein Experte in Herborn gesessen hat und gesagt hat, okay, sie haben die Diagnose Asperger-Autist, hat dir das geholfen? Ich frage deswegen so blöd, weil ich das schon mal gehört habe, dass Menschen sagten, das hat mir geholfen, da wusste ich wenigstens, mich irgendwie einzusortieren. Also ich hatte eine Erklärung dafür, warum mir das so schwerfällt. War das für dich auch so eine Erleichterung, diese Diagnose zu bekommen? Es war eine Erleichterung und auch teilweise erscheint die Erleichterung ganz einfach, es erklärte. Und man konnte endlich mal auf den richtigen Wikipedia-Artikel klicken oder auf sonst irgendwas. Einfach nur mal, jetzt endlich mal ein Warum und so weiter. Vor allen Dingen, weil ich bis dahin, ich bin ja schon immer ein logischer Mensch gewesen, als ich aus dem Heim entlassen wurde mit 14 Jahren, habe ich gedacht, das ist wie aus dem Krankenhaus, aus dem Krankenhaus, wir sind entlassen, wenn du gesund bist. Das heißt, auf einmal war ich wieder normal. Und ich bin durchs Leben gegangen, wenn irgendwas ist, die anderen haben die gleichen Probleme und so weiter. Und ich hatte nicht gedacht, dass ich halt, wenn man, Rollenspieler kennen das von wegen, Rollenspiele sind ja, da werden Charaktere in Zahlen gefasst, die Fähigkeiten und Stärken und sonst irgendwie sowas. Und um irgendetwas, ob man irgendetwas schafft oder nicht, wird ausgewürfelt. So von wegen, schaffe ich sie, diesen Stein zu heben, dann wird auf Stärke gewürfelt. Und ich bringe meine Grundstärke mit, dann wird was dazu addiert. Und wenn das über einer bestimmten Zahl ist, dann schaffe ich es den Stein zu heben, ansonsten nicht. Und ich habe halt gemeint, alle haben ungefähr die gleichen Werte. Aber dass ich auf bestimmten Sachen deutlich schlechtere Werte habe und teilweise sogar mit einem Würfel weniger Würfel als andere, habe ich nicht gemerkt. Und jetzt hatte ich auf einmal Erklärungen, warum bestimmte Dinge nicht geklappt haben. Das hat dann dir auch Druck genommen sozusagen, oder hast du da jetzt gar nicht so sehr mit dir selber gehadert zu der Zeit? Nee, wer heißt, wie gehadert? Wie kann ich das verstehen? Dass man das Gefühl hat, dass das Problem etwas ist, was du zwar lösen könntest, aber aus Inkompetenz nicht lösen kannst. Also das Problem der unlogischen Kollegen beispielsweise. Du könntest denen ja irgendwie Logik beibringen, aber natürlich kannst du es nicht, weil die sind halt nicht veränderbar. Das wäre ja eine Herkules-Aufgabe sozusagen. Nee, ich habe einfach nur jetzt gewusst, warum bestimmte Dinge bei mir so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und es hat mir auch die Zeit, wo ich im Heim und so weiter war, erklärt, warum ich da gelandet bin. Und dann halt auch einfach nur die Tatsache, dass halt, warum das damals so gelaufen ist, dass das auch deswegen ist, weil die Leute etwas behandeln mussten, wo sie nicht mal wüssten, was es ist. Und ich muss einfach nur meine Lanze für die brechen. In das Heim, wo ich war, exzellent war, was die gemacht haben und was die auch heute noch machen. Ich fahre da heute noch immer mal hin. Und das ist halt genau das Gegenteil von der Verwahranstalt. Die haben mich halt dort wieder, wie gesagt, mit 14 in die freie Welt rauslassen können, mit ein bisschen Nachbehandlung noch, von wegen die Leute, wo ich hinkam, ein wenig unterrichten, was los ist. Und es wurde auch noch mal interveniert. Aber wie gesagt, ich bin komplett, also die Grundschule war alles Sonderschule. Und danach bin ich auf ein normales Gymnasium gegangen, insgesamt neun Jahre. Das war in zwei Gymnasien, weil ich bin ja aus dem Heimweiner Eifel. Und dann bin ich nach Hause gekommen, den Rest in Bocholt im Münsterland. Und die haben einfach eine gute Arbeit geleistet. Und jetzt im Nachhinein kann ich das halt auch nachvollziehen, was sie für eine exzellente Arbeit geleistet haben. Das erklärt. Jetzt bin ich gerade wirklich ehrlich überrascht, weil du kommst ins Heim, war für mich als Kind eine absolute Drohung. Und das war so die schlimmste anzunehmende Situation, die mir überhaupt drohen konnte. Und du sprichst jetzt in der Rückschau so positiv darüber. Das verwundert mich gerade sehr. Was hast du da so Positives mitgenommen? Sagen wir es mal so, es ist so positiv. Das heißt, wenn jetzt irgendwie die Fee kommt und sagt, du darfst irgendwie zwei oder drei Jahre deines Lebens kopieren und unendlich oft nochmal erleben, dann würde ich die letzten drei Jahre im Heim nehmen. Einfach nur, es war geregelt. Es war im Nachhinein, das war, wie gesagt, Familienverhältnisse sind immer ein wenig zerrüttet gewesen. Wobei, das halt auch, ich war halt ein sehr schwieriges Kind und schwierig zu nehmen. Und in dem Heim, die haben einfach eine exzellente Arbeit geleistet. Das kann ich so schwer beschreiben. Da wäre ich jetzt wahrscheinlich noch übermorgen noch dran. Es war mitten in der Natur, in der Eifel. Da ist wirklich drumherum nur Bäume und Blumen. Und wir hatten da Erzieher gehabt, vor allen Dingen auch Erzieher. Das war, ich würde mal sagen, also dafür, das war ein reines Jungenheim. Es war, da liefen, da waren sogar noch Nonnen. Allerdings nur maximal 10 Prozent. Und das Verhältnis männliche, weibliche Erzieher war mindestens 30, 70 für, also 30 Prozent männlich, teilweise sogar 40. Und wir hatten da welche dabei gehabt. Also das war, was wir heute in der Diskussion haben, ist, Jungs brauchen Männer als Identifikationsfiguren und so weiter. Und vor allen Dingen, was wir da im Wald und so weiter gemacht haben, also Buden bauen und Staudämme bauen und sehr große Räuber- und Gendarmspiele, also auf richtig Fläche und solche Sachen. Da wurde Reda, das war nicht wirklich einfach nur eine Verwahranstalt. Und sie waren auch hervorragend ausgestattet. Haben sogar ein winziges Schwimmer gehabt, 12,5 Meter Bahn. Also für 50 Meter musstest du dreimal wenden. Ja, sehr schön. Nur, also, um es nochmal klarzukriegen, damals, also diese drei Jahre, die du da jetzt in Endloskopie gerne wiederhättest, da war von Autismusdiagnose noch gar nicht die Rede. Die haben dich einfach auf eine andere Art und Weise zufrieden gemacht. Ich habe ja die, was heißt zufrieden gemacht, sondern einfach nur, es ging halt daran am Anfang, wenn ich nicht in das Heim gekommen wäre und wenn ich nicht an solche Leute alle gekommen wäre, sondern ich wäre jetzt einfach nur irgendwo in der Bronx aufgewachsen, wo halt, wo ich halt nicht Zugang zu sowas gehabt hätte, dann wäre ich entweder Gangleader gewesen oder tot. Eins von beiden. Weil ich damals, ja, aggressiv... Das ist krass, was du da sagst. Nee, ich sag ja, ich war als, ich bin als Kind, bevor ich ins Heim und in diese Jugendpsychiatrie und so weiter, bin ich mehr, oder halt währenddessen von der Schule geflogen, weil ich zu aggressiv war. Und man weiß ja nicht, warum ich aggressiv war. Das wusste ja keiner. Das war ja, im Prinzip war das, war das alles so, wenn ich vollkommen überfordert war. Wieder mit so, vor allem die sozialen Interaktionen. Sobald halt die Leute weg waren, ging das wieder. Und wichtig war halt, dass ich halt auch immer wieder Rückzugsräume hatte und so weiter. Das in die sechs Jahre in dem Heim, wo ich, das war dann das, vorher halt in verschiedenen anderen Sachen, als ich dann in diesem Heim war, das erste Jahr, also die Berichte, die ich gelesen habe, au weia. Und danach ging es dann stetig aufwärts. Vor allen Dingen, sie haben es deswegen, von wegen die Sonderschule war halt, die hat eine extrem gute Förderung, haben die gemacht. Die haben, die erste Klasse habe ich, hatte ich im Prinzip nur ein halbes Jahr gemacht. Dann haben sie mich direkt in die zweite und haben mich die ganze Zeit immer intellektuell gefordert. Nach der vierten Klasse hatte ich dann, haben sie mich dann so weiter gemacht, dass sie mich aufs Gymnasium schicken konnten und haben mich die ganze Zeit einfach, indem sie mich gefordert haben, dann war ich auch ruhig. Und ansonsten halt, ansonsten halt mir die Problematik mit der Interaktion mit anderen Schülern oder anderen Kindern, haben sie mir halt nach und nach beigebracht, wie ich das lösen kann und so weiter. Und es hat, von wegen mit diesen Wutanfällen und so weiter, das ging danach so extrem zurück, dass es gar nicht mehr vorkam. Ich bin sprachlos. Also so positiv habe ich es selten irgendwie gehört, dass jemand sagt, ich bin da tatsächlich besser rausgekommen, als reingegangen. Das ist das. Wenn ich über Twitter und so weiter, wo ich mit dem Fahrrad hinfahre und so weiter, wo ich meinen Urlaub verbringe, da fahre ich immer wieder hin. Und wenn ich da bin, das ist so, vor allem mit, ich verbinde auch, ich bin in Erinnerung weniger an Personen, als mehr auch an Gegend und so weiter. Wenn ich da hinten bin, das ist für mich immer wie eine Zeitreise und da tanke ich Kraft in der Gegend. Auch wenn ich dieses Jahr wieder, ich fahre da ja mit dem Fahrrad an hin von Siegen und das ist für mich ein großer Kraftort, dieser Teil in der Eifel. Also ganz unabhängig von Asperger-Autismus oder was auch immer am psychologischen Problem. Es ist ja gut, wenn man so einen Ort hat, wo man wirklich so sagen kann, das ist meine Quelle, da kann ich mich auch wieder auftanken. Wie auch immer man das jetzt empfindet, ob das jetzt ein spiritueller Moment ist oder ein Seelenruhen-Moment oder wie auch immer. Ist das dann einfach die Erinnerung, die dich dann da so auftanken lässt oder ist das noch was anderes? Achso, die Erinnerung durch die Orte wahrscheinlich, wie du es gerade beschrieben hast. Die Erinnerung an die Orte und es teilweise, wenn ich da bin, das ist halt, wenn ich hier im Siegen rumlaufe, habe ich entweder Podcasts oder Musiker oder Hörspiel auf Ohr und da hinten, da habe ich die ganze Zeit, wo ich da bin, eigentlich nichts Elektronisches am Ohr. Nur halt das Handy in der Tasche, um mal irgendwie mal ein Ingressportal anzugucken oder sowas. Aber ansonsten, ich höre da nichts. Also keine Podcasts, nichts. Sondern einfach nur in Gedanken treiben lassen und wandern. Also sowas heißt bei mir, dass ich wirklich von morgens 10 Uhr bis abends um 8 Uhr bin ich unterwegs, jeden Tag, kreuz und quer da und besuche die Orte, wo ich vorher war, immer da. Und das ist für mich eine Zeitreise und vor allen Dingen, ich bin auf einmal, bewege ich mich mit mir doppelter Lichtgeschwindigkeit dadurch einfach nur deswegen. Ich war bis als 14-jähriges Kind da und jetzt komme ich hier mit Riesenschritten und kann innerhalb eines Tages durch das gesamte Gebiet laufen, was früher unser Aktionsradius war. Wir hatten damals auch schon hier VW-Bürstchen, um uns zu irgendwelchen interessanten Orten zu fahren. Wie gesagt, das Heim war sehr gut ausgestattet. Dazu muss man aber vielleicht, um das zu verstehen, wissen, dass du tatsächlich Spaziergänge machst oder Wanderungen mit bis zu 60 Kilometer Länge an einem Stück. Also das ist unglaublich. Wenn du dann diese Tachographen oder was dann gelegentlich twitterst, mir fallen jedes Mal die Augen aus dem Kopf und ich denke, was macht der da? Wie geht das? Wie hältst du das aus überhaupt? Das geht ganz einfach. Einfach losgehen und gehen. Das ist halt eine Sache. Geistig tanke ich dabei auf, nur körperlich. Also sagen wir mal, ab 60 Kilometer fängt es auch an, weh zu tun. Also da geht es dann auf Wille. Ach doch, das beruhigt mich aber gerade sehr. Ab 60 Kilometer fängt es dann an weh zu tun. Also alles bis 50 Kilometer ist für mich normal. Also das mache ich einfach so. Oh, und wenn ich bei meinem Fahrradtour einen Erholungstag mache, dann sind es 20 bis 30 Kilometer. Also das ist ein Erholungstag. Und das habe ich mir antrainiert seit 2012, wo ich das GPS-Gerät habe und dann einfach mal mitgetrackt habe. Und dann habe ich hier so das Auswertungsprogramm, wo ich die ganzen GPS-Tracks habe und gucke dann einfach mal, wo bin ich lang gelaufen. Und wenn ich das über die Jahre mache, 2012, 13, 14, 15, 16, alle Tracks immer übereinander lege, sieht das aus wie ein Pilz, der wächst. Wie so in einer Petri-Schale. Und mittlerweile, aber jetzt bin ich am Limit, jetzt kann ich es nicht weiter ausdehnen, weil ich jetzt vom Wannern her, ich mache das immer so, eine Wanderung ist nur dann gut, wenn sie da aufhört, wo ich wieder angekommen bin. Das heißt, alle meine Wanderungen sind immer geschlossene Kurven und da bin ich sehr eigen drauf. Alles andere ist nicht gut. Ich bin nicht so jemand, der mit dem Zug irgendwo hinfährt und dann zurück oder sonst irgendwie sowas. Und deswegen bin ich mittlerweile am Limit. Also weiter ausdehnen kann ich es nicht mehr. Ja, weil du dann zwischendurch essen und trinken und dich waschen und neue Schuhe brauchst. Ja, das Essen, trinken und waschen ist nicht das Problem. Dafür gibt es Rucksäcke, Taschen und Bäche für waschen und so weiter. Aber das Problem ist die Sache mit der Übernachtung. Aber das ist nicht so mein Ding. Ich brauche immer eine Basis, eine sichere. Ich kann nicht von Ort zu Ort wandern und nicht wissen, wo ich abends genau ankomme. Ja, okay. Planungssicherheit. Ja, ja, klar. Deswegen auch diese Monster-Tour, wenn ich jetzt wieder in die Eifel, das ist von Siegen aus 160 Kilometer. Da fahre ich mit Gepäck hin. Mit dem Rad? Ja, mit dem Rad natürlich. Mit dem Rad natürlich. Das Auto habe ich jetzt vor zwei Monaten verkauft. Und dann fahre ich von da aus meine Touren oder mache halt eine Wanderung von da aus und dann geht es mit dem Fahrrad wieder zurück. Es gibt auch immer den Notausgang. Das hat auch einen Bahnhof. Die ganzen langen Touren sind auch so ausgelegt, falls es irgendwann mal wirklich ist, kann ich in den Zug steigen und irgendwo hinfahren. Also vor allem damit wir jetzt nach Hause. Aber was ist das für eine Energie, die dich da antreibt? Ist das die, also gehst du irgendwo hin oder läufst du vor irgendwas davon? Bist du geschoben oder gezogen? Beides, beides. Für mich ist der Weg das Ziel und mir ist im Prinzip das Verkehrsmittel vollkommen egal. Deswegen auch Berufskraftfahrer. Das fing mir alles so an, als ich als Kind bin, das war, das war, als ich noch in dem Heim war, ich hatte auch extrem große Freiheiten, weil man mit mir das machen konnte. Deswegen, ich hatte einige Sachen, also ich bin ziemlich oft schon frei rumlaufen lassen. Und da habe ich dann schon als 14-Jäger mal so eine 40 Kilometer Wanderung gemacht. Die eine war im Schwimmer, das war mir aber zu langweilig. Und das ist dann so gelaufen, dass ich dann halt gemerkt habe, die Fahrradtouren, ich bin auch in der Niederrein gewesen, da kommt man richtig schön weit fahren immer. Damals waren das noch so maximal 100 Kilometer mehr, weil die Tage nicht lang genug waren, man wohnte ja noch zu Hause. Und dann habe ich ein Auto gekriegt. Dann war ich auch bei der Bundeswehr und bei der Bundeswehr war man dann endlich mal von zu Hause weg. Warst du da auf Dauer, hast du dich verpflichtet? Ich war zwei Jahre bei der Bundeswehr. Zwei Jahre bei der Bundeswehr. Also das ist schon die Selbstverpflichtung, ne? Also 18 Monate, glaube ich, wäre Z2. Okay, Zeitsoldat, so genau. Ja, das war bei mir, glaube ich, noch elf Monate hatten wir, zehn oder elf Monate. Und ich hatte noch, also jetzt genau, wie bin ich, nach der Schule wollte ich ja studieren und hatte Wartezeit. Zwei Jahre, wegen Normausklausus. Ein Jahr konnte ich mit der Bundeswehr weg. Ich habe direkt noch einen Brief ans Kreiswehrersatzamt. Bitte zieht mich sofort, damit ich es weg habe. Hat auch geklappt. Und dann hatte ich aber noch ein Jahr übrig zum Schluss, weil ich hätte totschlagen müssen. Und dann kam der Spieß rein, wir suchen Panzerfahrer für S4 Sarajevo. Da war ich so richtig naiv. Ah, Panzerfahren, Autofahren, Panzerfahren. Habe, Sven hat hier, hätte ich das Jahr totgeschlagen. Und gerade als ich da den Vertrag bei der Bundeswehr unterschrieben hatte, kam von der ZVS, sie haben über Nachrücker in Siegen einen Studienplatz bekommen. Ja gut, schau. Nee, nicht Mist. Hatte einen sehr großen Vorteil, hatte einen sehr großen Vorteil, weil ich, wenn man einen Nachrücker hat und nicht antreten kann, kann man zur jeweiligen Uni fahren und sich den sichern fürs nächste Jahr. Das heißt, ich konnte dann, ich bin dann nach Siegen gefahren und sagte, nächstes Jahr halte ich den fest, weil Siegen war deswegen gut. Architektur in sowas wie München oder sonst irgendwie wäre nicht möglich gewesen, weil ich bin nicht Rockefeller von wegen mit den Mieten und so weiter. Deswegen, es musste irgendwie ein graues Kaff irgendwo sein. Das ist dann Siegen. Und das hatte den Vorteil, ich konnte im Jahr danach, als ich dann noch bei der Bundeswehr war, konnte ich im Mai, als die Leute ihre Diploms geschrieben haben und so weiter, konnte ich nach Siegen fahren und musste nicht bis August warten, wo alle Leute sich auf die Studien, auf die Wohnheimplätze stößen, und konnte mir hier einen Wohnheimplatz suchen und einen Job. Das heißt, ich hatte im Mai 1998, hatte ich schon mein Wohnheimzimmer und meinen Job, wo ich mein Geld verdienen musste, weil BAföG gab es nicht und Vater konnte mich nicht sponsern. Und die zwei Jahre Bundeswehr hatten auch noch den Vorteil, du hast am Ende eine kleine Abfindung gekriegt, die hat auch schon mal geholfen. Und ich meine, der Wechsel, also unter den gegebenen Bedingungen, Asperger-Autist, also Schwierigkeiten mit der Umwelt so ein bisschen klar zu kommen, der Wechsel aus diesem stark reglementierten und geregelten Soldatenleben in dieses, ich sag's mal, Lotterleben der Studierenden, wie ist sie das bekommen? Deswegen, deswegen, es war keine, deswegen die Bundeswehr, wie gesagt, schön geregelt, da gab es eine Forschung für alles, die Namen standen in den Leuten dran, der Dienstgrad stand auf der Schulter und vom Unteroffizier bis zum General wurden alle Leute gleich gegrüßt. Das war alles schön und es gab Dienstpläne, um 16.30 Uhr war Feierabend und deswegen war die Bundeswehr, da hab ich sie komischerweise relativ gut hingekriegt. Und beim Studium, es ist halt ein Fachhochschulstudiengang gewesen und die ersten drei Semester waren im Prinzip wie Schule. Du hattest einen Stundenplan und da ging das morgens um 8 los, um 16.00 Uhr war Feierabend, es gab Pausen dazwischen, und abends konnte ich dann arbeiten gehen bei meiner Spedition, wo ich da war, im Lager und das war ein sehr geregeltes Leben. Und das lief, deswegen, ich sage dir, die ersten drei Semester waren perfekt, das Vordiplom, das habe ich in der Regelschulienzeit hingekriegt und danach kam das Problem, das Architekturstudium, das ging dann viel in Entwürfen und ein großer Entwurf heißt, man hat ein ganzes Semester, wo man halt im Vordiplom hatte man zum Beispiel vier Silvester-Wochenstunden entwerfen oder sowas. Und das heißt, jeder in jeder Woche hatte man vier Stunden lang entwerfen und am Ende gab es darüber eine Klausur und dazwischen ein paar kleine Tests und sonst irgendwie sowas, aber ein großer Entwurf hieß, dass halt der ist angesetzt, so und so viel Arbeitszeit, und am Ende war eine Abgabe, aber keine Zwischentermine. Und ich bin jemand, der absolut, also mein Hauptfach war Prokrastination, sag mir, ich soll an Weihnachten etwas abgeben und ich fange am 4. Advent an zu arbeiten, egal wie groß die Aufgabe ist. Und das hat danach eigentlich immer geklappt und im fünften Semester hatten wir noch ein Praxissemester, das heißt, da musste jeder mal schon mal da, wo er irgendwann mal arbeiten sollte und das war bei mir halt irgendeine Stadt oder sowas. Da habe ich in der Stadt Herminkeln mal ein dreimonatiges Prätigung gemacht und danach wusste ich eigentlich schon, dass ich in einem Job nicht arbeiten werden kann, wegen Politik und sowas alles. Und Kundenkontakt und sowas alles. Ich wusste schon eigentlich, dass ich das Diplom nur mache, um mir das nachher an die Wand zu hängen, habe mich aber noch danach noch sechs Semester selbst belogen. Die Erkenntnis hat man mittlerweile und es lief ja, es lief ja, Geld kam rein, ich habe zusammen mit dem Detlef auf dem Lager bei der Spedition gearbeitet, das war ein herrliches Leben, da kam genug Geld rein, hatte ich auch, ich war eben noch stehen, die mit der Autofahrerei, ich habe ja mein Auto bekommen und dann habe ich 95 bekommen mit 95.000 Kilometern auf dem Dach und dann habe ich 2001 verkloppt mit 260.000. Und irgendwo müssen die Kilometer ja gewesen sein und das, was ich heute zu Fuß und mit dem Fahrrad mache, habe ich damals mit dem Auto gemacht. Das heißt, bei der Bundeswehr, wenn da, da gab es ja manche, da war ich, da war man auch jung und leichtsinnig, da bin ich abend 16.30 Dienstschluss, 16.45 saß Obergefreiter Getke im Auto und ist mal gefahren und, ja gefahren, dann ist, dann hatte ich zu Hause, hatte ich eine Landkarte an der Wand hängen und habe da eine Abschlussliste, welche Auto war bist du schon gefahren? Dann habe ich gesehen, ja, die fehlt ja noch, dann fährst du heute mal die A9. Dann bin ich irgendwie nach dem Schluss Richtung Berlin gefahren, auf den Berliner Ring, dann die A9 runter bis München, eine Runde durch München und wieder zurück, morgens Obergefreiter Getke ist wieder da. So, deswegen, das ist ja absolut abgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, also für mich, aber wo hast du geschlafen? Dich erholt? Gar nicht, gar nicht, das habe ich einen Tag gemacht und wie gesagt, Bundeswehr im Frieden. Man war jung, ja. Die andere Leute haben nachts sich einen gesoffen, sind morgens, mussten festgehalten werden, da kann ich auch immer eine Runde Autofahren gehen. Also damals hat so Sachen wie Umwelt und so weiter keine Rolle gespielt, da habe ich ihm keine Gedanken darüber gemacht und so und bin dann halt, dann habe ich dem Auto so richtig Kilometer auf die Uhr gedreht. Und das ist halt, wie gesagt, was hat das, was hat das, was hat das gemacht? War das Gefühl von Freiheit oder bist du gerne besonders schnell und riskant gefahren? Was, nee, Autowandern, Autowandern, also schnell, ich habe wilde Jahre gehabt, also das war ein Jetter mit 55 PS, aber der effektiv, ich weiß nicht, was die VW-Leute gemacht haben, der Motor, der hatte wahrscheinlich 60, 65, auf jeden Fall ist der gut gelaufen. Ich bin auch gerne mal auf kurvigen Straßen, hat es mal gefiffen mit den Reifen und so weiter, aber ansonsten, normalerweise war das Auto wandern. Ich wollte einfach nur vorwärts kommen, so 110, 120, 130 und dann halt die ganze Nacht durch und teilweise auch, wenn da so ein Feiertag war, so ein Donnerstag, wo man da nicht nach Hause gefahren ist, da bin ich da mal auch, wo bin ich hingefahren, bin ich da irgendwie, irgendwie tief durch Ostdeutschland, irgendwie auch wieder bis einmal durch Berlin und wieder über Magdeburg zurück durch den Harz, solche Sachen. Einfach nur, weil es geht. Ja, ja. Also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, also dieses Autofahren, jetzt lässt es langsam nach, weil es dann doch irgendwie immer dasselbe ist, aber ich habe das eine Zeit lang auch einfach sehr, sehr gern gemacht und einfach aus sich heraus. Also dieses Fahren, dieses Unterwegssein, das hat einfach für mich auch eine gewisse, ja, ein Genuss, irgendwie so ein Genussfaktor irgendwie. Deswegen bin ich auch. Genuss ist das für dich nicht unbedingt, also das ist nicht ganz dasselbe, denke ich. Nee, doch, es ist, für mich ist Fortbewegung einfach nur die Ortsveränderung und ein bisschen weglaufen, ist auch, weil es immer, wenn es irgendwie Probleme gibt, solange ich weglaufen kann, also alles weg, kann zurück zurück. Und unterwegs fühle ich mich sicher, wenn ich, egal ob ich jetzt zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, deswegen habe ich auch den Berufsfahrer gemacht, weil da zahlt der Chef den Sprit und ich habe ein Großauto. Also es geht LKW fahren, dagegen, da lasse ich jedes Auto verstehen. Wenn mir einer den Porsche Cayenne hinstellt oder einfach nur einen normalen LKW, dann fahre ich lieber den normalen LKW. Einfach nur, weil LKW fahren an dem großen Lenkrad oben an dem, die Übersicht haben, da den Kopf in 2,50 Meter Höhe über der Straße haben. Das macht einfach Spaß und da die Massenträgheit, also wenn man fährt, ich fahre einen LKW am liebsten, wenn die Karre rappelvoll ist, 40 Tonnen ausgeladen. Und dann, wie geht diese Massenträgheit, wenn man vom Gas geht, dass er noch so lange rollt und sowas. Und dann halt die, wenn man eine hügelige Autobahn fährt, immer so dieser Gedanke, dieses von wegen dieser Umwandlung von Bewegungsenergie in potenzielle Energie und rückwärts und so weiter. Ich bin anders gefahren als andere Leute so. Ja, mit Köpfchen. Ja, das konnte man deswegen auch nachts fahren, weil nachts diese scheiß Überholverbote haben mich deswegen gestört, weil mich die Leute nicht überholen konnten, weil ich bin nicht immer, der immer am Begrenzer gefahren ist, sondern immer gerne auch mal vorm Berg schon Gas wegnehmen, wenn es runter geht, weil ich kriege es ja wieder, wenn ich es runter rollen lassen kann. Und wie gesagt, Nachtlinie, ich bin jeden Tag das Gleiche gefahren. Ich kannte wie ein Rennfahrer, der seine Bremspunkte kennt und Kurvenscheiterpunkte, wusste ich ganz genau, mit dem Gewicht kann ich da vom Gas gehen, dann komme ich da hinten genau mit den erlaubten 80 an und sowas. Und das kann ich natürlich nicht machen, wenn tagsüber Überholverbot ist und Sven dann auf 60 runter und die hinter mir dann eine dicke Halsschlagrader kriegen. Ja, ist klar, klar. Das hat aber auch so ein Spiel, so einen Gaming-Charakter, oder? So zu gucken, wie weit kann ich runtergehen vom Gas und trotzdem hinten immer noch mit 80 überzukommen oder so. Das ist doch auch so ein Ausprobieren und gerade wenn du eben Linie fährst und jeden Tag dieselbe Herausforderung hast, wie kann ich es noch besser optimieren irgendwie? Ja, und das Schöne ist, die letzten drei Jahre bin ich eine andere Strecke gefahren, da bin ich von Paderborn nach Siegen gefahren und dadurch, da konnte man mitten durch Sauerland fahren. Das waren 15 Minuten mehr, aber 50 Kilometer weniger und es hat sich auch gelohnt vom Spritverbrauch, obwohl ich auch eine Landstraße mehr verbrauche, als auf der Autobahn, weil da ist Sauerland, Berge und so weiter. Und wo gesagt, von wegen wie ein Spiel, das ist tatsächlich, gibt es eine Art Gamification. LKI-Fahrer kennen das, das nennt sich Fleetboard. Das ist von Mercedes-Benz ein Telemetriesystem, wo halt bewertet wird, unter anderem, also das Fleetboard hat noch viele andere Funktionen, auch von wegen mit der Kommunikation mit der Dispo und so weiter. Unter anderem aber auch, wie wirtschaftlich fährt ein Fahrer, das ist in der Skala von 0 bis 10 und als das in unserer Spedition endlich mal veröffentlicht wurde, gab es kein einziges Mal, wo ich nicht auf Platz 1 war, mit den Fleetboard-Werten. Einfach nur, weil... Super! Das war mir auch immer so, das war für mich die beste an Gamification, was es gibt und ich konnte es halt nachts machen, weil ich halt, ich hatte genug Reserven in meiner Tour drinne und nachts sind weniger Ampeln aus, nachts sind weniger Störeinflüsse, vor wegen Trecker oder sonst, oder halt an den meisten Zebrastafeln ist nachts keiner, der unbedingt drüber will und deswegen brauche ich da nicht bremsen, weil Bremsen wie Energie ist futsch. Ja, ja genau, das kennt man ja vom Radfahren, also so habe ich es jedenfalls. Ich versuche auch immer mit möglichst geringen Geschwindigkeitsdifferenzen unterwegs zu sein, das heißt abbremsen und beschleunigen sehr maßvoll, weil ich mich noch an die Zeiten erinnere, wo ich Rad gefahren bin und da habe ich nämlich genau das gemacht, wenn ich gesehen habe, da hinten ist rot, dann habe ich schon mal ganz früh aufgehört zu treten, damit ich möglichst noch mit einem gewissen Schwung die Grünphase einleiten konnte. Also das, da hat sich ganz viel in mir, was so kinetische Abläufe und so weiter angeht, irgendwie festgesetzt. Das versuche ich heute immer noch im Auto zu machen. Wahrscheinlich habe ich auch manchmal jemanden hinter mir mit der Halsschlagader, dass ich nicht so viel zügig vom Fleck komme. Deswegen war ich so froh, dass ich nachts fahre, weil da weniger von den Leuten da waren. Und wie gesagt, deswegen die ganzen Überholverbote störten mich, deswegen, weil ich nicht überholt werden durfte. Das war das Ärgerliche. Und deswegen immer auch Überholverbote, es musste wieder Gas geben. Hat sich das denn, dieses Topscorer zu sein, auch irgendwie in der Firma für dich rentiert oder war das allen egal, nur dir nicht? Letzteres. Das ist also, das ist wieder so eine subjektive Sache. Also irgendwie im Speditionsgewerbe so richtig zählt der Spritverbrauch auch nicht. Weil da zählt es mehr. Wir mussten doch damals, also ich kann mich erinnern, als die Spritpreise mal höher gingen, da wurde gesagt, ja es tut uns leid, was weiß ich, irgendwelche Ausflugsfahrten oder so, die werden jetzt auch mal uns 20 Prozent teurer, weil ja der Sprit so teuer geworden ist. Klammer auf, sie sind natürlich nie wieder günstiger geworden, auch als der Sprit günstiger wurde. Die Preise wurden einfach beibehalten. Aber das Argument, teurer Sprit, deswegen müssen wir die Produkte oder die Dienstleistung teurer machen, die gibt es ja schon. Ja natürlich. Es ging halt nur so drum von wegen, es gab halt in der Firma keine, es gab keinen, der Sanktionen zu befürchten hatte, weil er irgendwie grottenschlecht gefahren ist. Das ist auch wieder eine Sache, warum ich auf so ein Speditionsgewerbe allgemein weg bin. Das ist nicht spezifisch für die Firma, wo ich war, sondern allgemein im Speditionsgewerbe, im größten Teil des Speditionsgewerbe, so dass man es so sieht, wenn man nicht gerade Spezialtransporte macht, wird die Qualität der Arbeit fast ausschließlich in ihrer Quantität bemessen. Soll heißen, es zählt einfach nur, wie lange und so weiter, aber nicht von wegen Bruch ist einkalkuliert, also von wegen mit in dem Lager, das war der Stückgutlager, von wegen der Bruch war einkalkuliert. Das ist leider so gewesen. Tja, verrückte Zeit, verrückte Zeit. Jetzt hast du gerade im Nebensatz gesagt, in der Spedition, in dem Lager, hätte der Detlef auch gearbeitet. Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, der Sven ist vom Proton-Podcast, das hatte ich, glaube ich, eingangs mal gesagt, und der Detlef ist ja quasi der Erfinder vom Proton-Podcast. Hast du den da erstmals kennengelernt, in der Spedition oder in dem Lager? Wie seid ihr aufeinander getroffen? Ja, das war gut, dass ich eben schon was erzählt habe. Das war nämlich genau deswegen, weil ich dieses Wartesemester hatte und dann doch nach Rückerplatz. Deswegen konnte ich im Mai schon, im Mai 97, nee Quatsch, das war im Mai 98, bin ich schon durch Siegen, bin dann halt zum Studentenwerk, die halt für die Wohnheime hatten und habe da einfach gefragt, wo werden Zimmer frei? Ist ja jetzt günstig, weil jetzt die Leute weg, und da haben die mir fünf Stücke gegeben, wo halt was frei wird, in einem Wohnheim oben auf dem Uniberg. Dann bin ich da hin und wie gesagt, damals noch nicht diagnostiziert. Für mich war das damals, also heutzutage weiß ich, das war ungefähr so, wie Siegfried auf dem Drachenfels gegangen ist. So bin ich in das Wohnheim rein. Normalerweise wäre ich niemals da, das war für mich wirklich der Endgegner an dem Tag. Ich bin da rein, habe einfach mal gebimmelt, an allen fünf hat keiner was aufgemacht. Dann lief aber einer da rum, der hat was richtig Studentisches gemacht, der hat nämlich Kabelkanäle gelegt für LAN-Kabel legen. Da wurde nämlich gerade das Große, das LAN für das Wohnheim aufgebaut und das wurde halt von den Studenten selber gemacht. Und da sagte er bei mir in der WG, da wird demnächst ein Zimmer frei, geh mal in das Zimmer, da sitzt der Detlef Breitenbach und frag da mal nach. Ja, da bin ich da rein, da saß der Detlef da am Tisch und habe gehört, hier wird ein Zimmer frei, der Dingens hat mich gestickt, der da gerade die Kabelkanäle legt. Ja, und dann haben wir geredet und dann waren zwei Stunden später und danach hatte ich das Zimmer. So, das war das Kennenlernen. Dann bin ich halt zwei Monate später da aufgeschlagen und wir haben da zusammen gewohnt. Er war schon länger am Studieren, hat auch ziemlich viel Asta-Arbeit gemacht, deswegen hat er sich auch wenig nach hinten versorgt, weil er war Asta-Vorsitzender mal gewesen und durfte sich da, hat er dann in der Hochschulpolitik ziemlich viel gemacht. Und 1999 haben wir dann gesagt, so im Wohnheim muss man ja irgendwann raus, man darf ja, ich weiß nicht, drei oder fünf Jahre durfte man, da muss man sowieso raus. Und dann haben wir gesagt, von wegen, weil er ja sowieso schon sehr lange am Studieren war, konnte das ja durchaus sein, dass es dann noch länger wird und dass er aus dem Wohnheim eh raus muss. Also suchen wir uns auf einen freien Wohnungsmarkt, haben uns noch einen dritten gesucht, haben dann jetzt in der Wohnung, wo ich jetzt gerade sitze, haben wir dann eine Dreier-WG aufgezogen, am 1.1.2000 da eingezogen. Und dann, was hat er dann noch? Dann 2005 ist es dann tatsächlich dazu gekommen, da hat der Detlef, wir haben dann mittlerweile ja schon sieben Jahre zusammen gewohnt, hat er mir mal ein Buch in der Hand gedrückt. Das hieß, glaube ich, die seltsame Welt des Christopher Boone oder so weiter. Das hat mir gesagt, da geht es irgendwas um Primzahlen oder sonst irgendwie sowas. Detlef war schon ein Fuchs. Dann habe ich das Buch gelesen, das ist ein Buch, wo halt aus der Sicht eines Asperger-Jungen, wie er durchs Leben geht und so weiter. Und nach irgendwie einem Drittel des Buchs, habe ich gesagt, liest sich ja fast wie eine Autobiografie. Und da bin ich das erste Mal so mit diesem Thema überhaupt in Kontakt gekommen. Und effektiv Detlef hat halt das Buch gelesen gehabt und hat Parallelen entdeckt. Und da im Prinzip 2005 wusste ich Bescheid, hatte aber noch halt noch keine, diese typische Sache vorwiegend Selbstdiagnose. Man hat verschiedene Internet-Tests gemacht, alle haben gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, aber halt nichts Konkretes. Das könnte ja immer noch was anderes sein. 2007 ist dann der Dritte ausgezogen. Und Detlef ist halt über Apple, weil er schon immer Apple-Fan war. Da hat Apple ja 2007, 2008 war das ja, wo Apple dieses Konzept des Podcasts überhaupt erst, ich sag jetzt mal, erfunden oder halt in einer breiten Masse zugänglich gemacht hat. Deswegen, da kommt ja auch der Begriff Podcast her. Und das war so 2007. Und 2009 ging das dann mit dem Blindwerden los, richtig. Das war in dieser Zeit, da hat er halt seine Autoimmunkrankheit zugeschlagen und ihm auf Raten die Augen kaputt gemacht. Da kamen noch so andere Sachen noch dabei. Das Ganze noch in der Depression hatte, also eine richtige Depression, nicht nur einfach, weil so eine echte medizinische Depression. Und durch dieses, bis dahin hat er auch noch so 2008, hat er noch, 2007, 2008, da konnte er dann auch nicht mehr studieren, weil er dann blind wurde und hat bis dahin auch noch mit mir zusammen in besagter Spedition gearbeitet. Ich habe ihn übrigens in diese Spedition gebracht, das war auch um 8, 9, 9, 90 so, weil man da halt einfach schnell das Geld verdienen konnte. Und dann ging das nicht mehr und bis dahin war er, deswegen 2010 kam ein wichtiges Gespräch mit dem Detlef. Wir sind ja häufiger mal zu seiner Schwester hier, die Conny, die hört jetzt wahrscheinlich auch gerade zu, hallo erstmal, die bei uns im Hintergrund den Netzkram macht, also die Technik am Podcast, also die Webseite. Da sind wir jedes Jahr hochgefahren für eine, eine, anderthalb Wochen und dann auf der Rückfahrt davon haben wir dann folgendes Gespräch gehabt von wegen, früher, da hat er mich gefragt, nee, es ging darum, wir wollten irgendwie, das ist eine Fahrt von 500 Kilometern, irgendwo mal was essen und so weiter. Und da habe ich immer, ich habe ja immer ziemliche Schwellenangst oder halt irgendwo was Ungewohntes und wollte eigentlich wieder nur nach Hause fahren. Dann fragte er mich von wegen, früher warst du doch ein bisschen mit mir auch überall hingegangen und so weiter. Und dann kam jetzt die Schlüsselstelle, ja natürlich, aber du warst meine Stütze. Ich bin da, ich wäre dann niemals alleine in dieses Restaurant oder sonst irgendwas. Ich wäre niemals alleine nach Berlin gefahren. Wir sind auch mal nach Berlin gefahren eine Woche und haben da so Sachen wie Reichstag und sowas angeguckt und einfach nur mal ein bisschen in Berlin gewesen. Ich wäre da niemals alleine hingefahren. Also ich sagte, das ist deswegen, damals warst du meine Stütze. An mir hat sich seitdem nichts geändert und jetzt muss ich deine Stütze sein. Weil du hast immer damals aufgeklärt, da kann man reingehen, du hast mit den Leuten, du hast die Sache mit den Trinkgeldern, du hast das mit den Bestellungen und so weiter und du hast selber gesehen, da gehen wir rein und so weiter. Jetzt muss ich das machen und das war ein Wendepunkt in der Zeit. Und das, dann kam halt nach und nach, ab 2010 bis jetzt 2017 war das halt so, dass wir da nach und nach ein Team gebildet haben. Er hat meinen Außenminister gemacht, das war wie gesagt, und ich habe seinen Blindenhund gemacht. Alles, was man durchlaufen oder Tragmal oder wo ist die Batterie hingefallen, die mir vom Tisch gefallen ist, das war meine Aufgabe und seine Aufgabe war von wegen, ruf mal einen Hausmeister an oder sonst irgendwie sowas oder wir müssen Podstock, mach du das klar mit den Karten und so weiter alles. Das war so die Aufgabe von wegen, warum wir immer so gut eine Symbiose hatten. Wir waren in der Beziehung Team. Er hat den ganzen kommunikativen Teil gemacht, hat das perfekt gemacht und ich habe halt alles gemacht, was man durchlaufen lösen kann. Das war dann, also dieses 2010er Gespräch, das hat er gesucht oder hast du das gesucht? Das hat sich ergeben. Die Frage war ganz einfach, wir waren auf der Fahrt und er hat, Detlef hat Hunger bekommen und wenn Detlef Hunger bekommt, wird er knurrig. Und ich bin jemand, der von, wie gesagt, die Sache, wo ich da gesagt habe, von einer Kaserne nach Berlin und nach München und zurück, da habe ich glaube ich zweimal zum Pinkeln angehalten und einmal zum Tanken und ansonsten bin ich durchgefahren. Und das führt natürlich zu Konflikten. Und da haben wir halt, er hat gefragt, von wegen, du warst doch früher so und das hat sich halt ergeben, weil er wieder irgendwo hin wollte und ich wollte einfach nur, ach, wir haben nur noch drei Kekse in der Tasche, die essen wir jetzt und dann fahren wir nach Hause. Das war halt, das Gespräch hat sich ergeben, das hat nicht irgendwer gesucht, sondern einfach nur, das war Erkenntnis auf beiden Seiten, weil das war, aha, ach so, ja, ich bin so geblieben, also Sven ist so geblieben, wie er war, aber bei ihm hat sich was geändert und deswegen, wer stützt wen? Und deswegen hat jetzt jeder den anderen auf seine Weise gestützt. Ab da war das dann sozusagen Programm, also bis vorher war das, hatte sich das mehr oder weniger so durch Zufall eingeschaukelt, aber von da an war das ein bewusstes Ziel, ein bewusster Plan, so werden wir miteinander unsere, du sagst es so schön, Symbiose leben. Das hat nicht, das war nicht Plan, wie gesagt, das hat sich ergeben, das hat sich so ergeben und wir haben perfekt zueinander gepasst in der Beziehung. Und deswegen wie 2010 war das ja auch, wo ich die Diagnose bekommen hatte, es war auch so ein bisschen, stand jetzt nicht Vorwurf, aber so halt von wegen, jetzt verschanze ich mich hinter der Diagnose und so weiter. Nee, ich habe gesagt, das hat einfach erklärt, das war es. Wer hat dir den Vorwurf gemacht, dass du dich verschanzt? Nee, nicht Vorwurf, ich muss halt Worte finden, es stand halt so im Raum, es wird ja immer gesagt von wegen, dass sich Leute hinter ihren Behinderungen verstecken und so weiter. Und ich gebe es auch zu, teilweise mache ich das auch mehr, weil ich erlaube mir das mittlerweile, aber muss das jetzt nicht wie ein Schwert vor mir hertragen. Und das mit dem, Also dass du dich, also dass du dich nicht aus dieser Komfortzone herausbewegst, was du vielleicht sogar unter Aufbietung aller Kräfte könntest, weil es dann doch einfacher ist, wenn es jemand anders macht. Ja, das so, das war es. Das habe ich auch teilweise so gemacht. Deswegen, und deswegen jetzt hat sich auch einiges geändert. Weil das wird ja so im Jösen, dass der Höhepunkt war ja ab 2013. 2013 waren wir ja in Jülich auf dem Tag der Neugier, wo Detlef halt über Twitter von wegen als Multiplikator eingeladen worden ist. Und ich war halt der Fahrer. Das war immer Blindenhund. Und diese ganzen Sachen bin ich halt nie als die Person, bin immer nur der Fahrer gewesen. Und das war auch meine Rolle. Wie gesagt, da habe ich mich hinter verchanzt. Das gleiche war dann 2013, war im November ja noch in Desi die Führung, hier wo wir im Tunnel vom X-Fail waren. Und das war so, da fing ja der Höhepunkt unserer Sache an. Und 2014, 15 und 16 waren wir ja, nee, 14, 15 war Podstock in, Almke, 16, 17 war da unten im Hunsbrück, Sorschied. Und das war so der Höhepunkt der Sache, weil da waren wir halt auch, die Teamsache hat immer besser geklappt. Ja, das kann ich als Außenstehender, wenn ich euch beobachtet habe, tatsächlich nur bestätigen. Lustigerweise war der, also der, die erste Ansage, die Detlef mir sagte, das ist der Sven, der tut sich immer ein bisschen schwer mit so Menschengruppen, in Podstock beispielsweise. und kann sein, dass der sich mal zurückzieht oder so, also der braucht, der kommt mit dem Rummel nicht immer so gut zurecht. Und ich habe gedacht, ja okay, wie ist bei Podstock so üblich, jeder kriegt das, was er braucht und nimmt sich das, was er braucht. Und ich sage, ich habe die ganze Zeit immer nur irgendwie mit irgendeinem Zusammenstehen, mit Leuten interagieren. und ich habe mir gedacht, der Detlef hat es mir doch ganz anders erklärt. Irgendwie, der Sven benimmt sich ganz anders, als die Ansage eigentlich gewesen ist. Und hinterher meinte Detlef, ja anscheinend hat es ihn genau richtig angesprochen. Und wenn er dann einmal die Scheu abgelegt hat, dann ist es auch gut. Dann ist er wie ein Fisch im Wasser. Das hat da bei diesen Treffen irgendwie sehr gut funktioniert, war so mein Eindruck. Was, hattest du den Eindruck? Das ist so, sagen wir es mal so, viele Leute haben das schon, oder so oder ähnlich gesagt, Potsdok ist arschlochfreie Zone. Das ist wieder so eine, bei mir ist es halt, wie der Detlef schon sagte, vor allen Dingen ist das bei mir Schwellenangst erster Kontakt. Wenn ich jetzt von Potsdok nichts gewusst hätte, angenommen, ich wäre auf einer meiner Wanderungen gewesen, irgendwo in der Nähe von Sorschied und hätte den Rummel da gesehen. Ich hätte den Teufel getan, irgendwie näher heranzukommen oder irgendwen anzusprechen, weil ich weiß ja nicht, was das ist. Aus der Entfernung kann ich halt einen Potsdok nicht von einem Rechtsrockkonzert unterscheiden. Jetzt könnte ich natürlich schon, aber erstmal habe ich, egal wenn irgendwo Menschenansammlungen sind, Vorsicht. Aber das gesamte Potsdok-Konzept ist deswegen so gut, weil ich habe, es ist immer irgendwo im Grünen. Das heißt, im Gegensatz zu sowas wie CCC oder sonst irgendwas, was mitten in der Stadt ist oder so weiter, was für mich da immer mindestens der dritte Kreis der Hölle ist, weil das meist auch in so Horrorstädten wie Hamburg oder Berlin oder sowas ist, wo halt nur Leute, Leute, Leute sind, da ist Potsdok so ideal, weil drumherum ist immer grün und für mich ist wichtig, dass der Rückzugsraum jederzeit verfügbar ist. In Potsdok brauche ich nur in irgendeine Richtung fünf Minuten zu gehen, dann habe ich absolute Ruhe. Und deswegen habe ich so gut funktioniert, weil wichtig ist einfach nur die Tatsache, dass ich weg kann. Ja, das ist auf jeden Fall da, in dem In the Middle of Nowhere ist das bestimmt gegeben gewesen, das stimmt, ja. Ganz klar. Und dann, also da hat sich dann eure Symbiose sozusagen ihren Höhepunkt gesucht zu der Zeit. Das heißt, in den letzten Jahren ging das schon nicht mehr so gut? Nee, das ging, ab 2013 ging das los bis jetzt, weil halt, wir haben immer weiter Routinen entwickelt, von wegen, wie wir unser Leben einfacher gestalten. Jedes Mal, wo du ein Business ging, es gibt ja, ich bin absolut bürokratieallergisch und versuche sie zu vermeiden, wo es geht, aber es gibt halt Briefe, die halt die, im Prinzip die Pistole auf der Brust sind. Davon sind mir weniger passiert, aber beim Detlef logischerweise passiert so was häufiger. Am Ende halt nicht mehr, weil alles geregelt war. Und dann halt Routinen, so von wegen, welches Amt wollte irgendwelchen Brief, dann wurde der Computer angeschmissen, dann wurde der Brief gescannt, dann wurde da irgendwo die Unterschrift drunter gemacht und die Unterlagen, die noch irgendwer haben, wurden drunter und dann wurde das eingetütert. Am nächsten Tag habe ich am Briefkasten eingeworfen und fertig. Und das lief jetzt nach und nach immer besser. Und solche Sachen halt, wie halt mit irgendwo hinfahren, von wegen, wir waren ja nicht nur auf Potsdok, wir waren ja hier auch mit Wispots da, als wir da in Stuttgart waren, Weihingen. Richtig, richtig, genau. Das hat auch prima geklappt. Stuttgart ist für mich auch wieder hoher Großstadt und so weiter. Aber ich habe mittlerweile in Großstädten auch eine Möglichkeit gefunden, wie ich abschalten kann, weil ich vor zwei Jahren das Ingress-Spiel erfüllte. Da kann ich richtig schön abtauchen. Das ist dieses andere Spiel von der gleichen Firma wie Pokémon, wo man die Portale abklappern muss. Und da kann ich mich dann auch in der Stadt zurückziehen, weil ich endlich weiß, was ich in der Stadt soll, ansonsten bin ich verloren in der Stadt. Ach, weil dir das einen Grund gibt, einen Sinn gibt dafür, dich da aufzuhalten? Ja, und weil ich glaubhaft, dass ich irgendwas zu tun habe, weil ich komme ja immer so, wenn ich irgendwo in der Stadt, wenn ich irgendwie mit Ema nicht kommunizieren will, dann gucke ich ganz angestrengt in mein Handy. Und dann ist dieses Portal sowas von wichtig. Dann ist das sowas von wichtig. Und dann kann, ich kann auch mal ganz eben, ich kann auch mal eben schnell weg, ich muss jetzt weg, weil da hinten das andere Portal wird angegriffen. Da muss ich hin, da muss ich hin. Ich habe jetzt keine Zeit. Also ich kann wichtig tun. Das ist für mich, ich halte mich im Wahnsinnswort am Handy fest. Wobei ich auch... Ja, ist wichtig tun, das ist wichtig tun, das Richtige. Ich glaube, du suchst dir einfach Ziele, um dich zu fokussieren auf irgendwas. Oder ist das nicht eher so? Ja. Um dieser Tätigkeit des nutzlosen Daseins irgendeinen Sinn abzuringen. Ja, weil vorher, das ist auch wieder so, dadurch kann ich mich länger an einem Ort aufhalten, weil vorher konnte ich immer, wenn ich hier nicht siegen, konnte ich in 15 Minuten durchs Zentrum laufen, und dann war ich aber durch. Warum sollte ich noch mal zurückkommen? Jetzt mittlerweile, dann werden die Portale abgeklappert. Ist dir sowas wie bummeln oder mal so langsam spazieren gehen? Kannst du damit überhaupt irgendwas anfangen mit diesen Konzepten oder ist das eigentlich, taugt das gar nichts für dich? Das taugt für mich höchstens was, wenn ich in der Natur bin und mal hier nach einer Blume und da nach einem Käfer gucken kann, aber in der Innenstadt rumbummeln, die Innenstadt hat für mich Ziele. Ich möchte in Saturn einen H6 kaufen, ich möchte noch eben in Aldi den Rucksack mit Spekulatius vollmachen und ein paar Schuhe brauche ich auch noch, wobei Schuhe kaufen bei mir heißt, ich weiß die Größe, ich weiß die Marke, bitte ein Stück, ein paar Schuhe und dann gehe ich wieder. Aber das gehe ich dann ab, im Prinzip wie ein Kommandoteam, das irgendwo hinter den feindlichen Ninin operiert. Zugriff. Genau so in der Art. Genau, dieses Paar Schuhe, Zugriff, aber das ist original, das kenne ich von mir persönlich, also das ganz gezielt gehen und bloß diesen ganzen komischen Pferdelefant, diesen Rubbel hinter sich lassen, also ich musste mir letztens tatsächlich mal einen Schwung neue Oberhemden kaufen und ich glaube, ich habe das ungefähr vier Monate vor mir hergeschoben, weil ich es jetzt getragen habe, in diese Stadt zu gehen, das war wirklich witzig. Na ja, gut. Dafür gibt es Versandhandel und das wird dann postlagernd geschickt. Das ist so eine Sache, vor allen Dingen, weil ich ja auch Standardsachen hole, ich gucke dann, wenn ich wieder Sachen brauche, gucke ich nach der Bestellnummer und weiß, was ich haben will. Ich weiß meine Größen und los geht's. Ja, wenn die Größen sich ändern, dann braucht man ab und zu mal eine Fachberatung. Was ist das Problem? Ich war etwas aus dem... Das passiert bei mir nicht. Ich habe seit mindestens 20 Jahren die gleichen Größen. Beneidenswert, beneidenswert. Wann seid ihr denn auf die Idee gekommen, einen gemeinsamen Podcast zu machen eigentlich, Detlef und du? Das hat sich eigentlich beim Detlef schon lange rumort. Also im Prinzip, wenn Detlef nicht angefangen hätte, hätte ich niemals in Mikrofonen geschwätzt. Das war halt... War das früher keine Beziehung dazu? So zu Mikrofonen? Mikrofon... Als Kind irgendwie ausprobieren oder so? Geh weg, geh weg. Weg damit. Nee, 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 gar nichts. Mikrofone und Kameras. Nee, tu die Kamera weg, da platzt die Linse. Nee, das war wirklich so... Ich habe ja 2007 ist Detlef als einer der Ersten mit auf dieses Phänomen-Podcast und dann von, ach, gibt so wenige davon und so weiter. Und dann kam das immer mehr und irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, waren es wahrscheinlich auch so, 2010, 11. Man könnte auch selber was machen. Das Konzept von Proton hat er schon recht lange gehabt. Wir haben ja 2015 angefangen. Ich glaube schon ab 2013 hat er gesagt, ich möchte irgendwas mit Wissenschaft machen und ich möchte irgendwas mit Chemie machen, weil Physik gibt es ganz viele, Astronomie gibt es ganz viele und sowas. Aber Chemie, da kümmert sich keiner drum. Weder ein öffentlich-rechtlicher noch ein privater. Deswegen, das ist die Nische. Und da sind dann halt die Elemente und die Moleküle hergekommen. Und den Rest, der ist halt gekommen, weil er halt gedacht hat, man kann den Podcast ja auch noch abrunden. Hat dann sich so Vorbilder, sowas wie die drei Vulgonen und so weiter. Da hat er sich auch noch die Länge hergeholt. Oder einfach nur, weil das Konzept bei den drei Vulgonen, das ist ja, die haben ja mit ihrem Deep Thought, die haben halt den Schwerpunkt mehr auf Nerd-Themen und auch viel Laber-Podcast. Aber halt der Deep Thought war im Prinzip so mit einer der Vorlagen von wegen, von unseren Kategorien. Also ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, also der Deep Thought ist so das Äquivalent zu Freiraum. Weil im Deep Thought kommt ja auch immer alles Mögliche. Und warst du dann von vornherein bereit, da mitzumachen? Oder war das für dich auch so ein längerer Prozess, wo du gesagt hast, na, mach das erstmal lieber alleine und ich gucke mir das mal aus der Entfernung an, ob das auch sicher ist. Oder warst du von vornherein aufgeschlossen und hast gesagt, mach da mit? Er hat mich sehr lange bereden müssen und so weiter, weil er wusste ja, wie ich ticke. Und er weiß, dass ich für solche Sachen lange brauche. Also so von wegen, wenn ich um 15 Uhr von der Arbeit komme und er um 15.30 Uhr gesagt hat, heute Abend wollen wir nach, nee, das war aber nicht, wollen wir irgendwo hingehen. Er hat mir erst aber nicht geplant, oh nee, dann bin ich hier erstmal wieder wie so ein angeschossener Hamster durch die Wohnung gelaufen. Musste dann vielleicht manchmal erstmal eine Stunde lang irgendwo mich in die Wikipedia zurückziehen oder sonst irgendwie sowas. Und danach ging es dann vielleicht mal, wenn ich mich daran gewöhnt hatte, dass es irgendwie geht. Deswegen mit dem Podcast hat das etwas länger gedauert. Und es ging teilweise, weil ich mich auch auf den Technikaspekt zurückziehen, weil ich daran festhalten konnte, wird ja auch gesagt, Podcasting ist ja auch teilweise eine Ausrede, um sich jede Menge teures Equipment anschaffen zu können. Oh ja. Ja, und das haben wir ja auch gemacht, weil wir haben ja gesagt, von wegen, keine Experimente und dann, deswegen ist ja H6 und hier die Headsets da herausgekommen. Einfach nur, da haben viele mit gearbeitet, es funktioniert, es kostet ein bisschen mehr, aber es kostet einmal, das ist ja das Schöne. Das sind ja so Sachen, die schafft man sich einmal an und wenn die die Garantiezeit überlebt haben und dann nicht kaputt gehen, dann hat man die Sachen. Die sind ja, die nutzen sich ja nicht ab eigentlich. Und dann habe ich mich halt daran langgehangelt, erst mal die Sache hier technisch auslaufen, deswegen hat unser Podcast ja nicht nur eine Nullnummer, sondern effektiv so eine Minus-Eins-Nummer, den Workflow-Test, wo es einfach nur mal drum ging, irgendwas in Mikrofon zu schwätzen, das Ganze bei Reaper in eine bearbeitete und eine gespeicherte Datei, das Ganze nach Auphonic zu jagen und mal gucken, was hinten rauskommt. Und deswegen haben wir... Und hat er vielleicht tausend Downloads, oder so irgendwie, diese Minus-Eins-Nummer. War das nicht gleich von so einem Ding? Ja, das liegt aber auch darin, weil der Treff zu dem Zeitpunkt auch schon 1500 Follower hatte. Das ist ja natürlich, ist eine ganz andere Sache. Ich mache, wenn einer sagt, ich will jetzt einen Podcast machen, dazu mache ich mir auch einen Twitter-Account und fängt dann mit drei Followern und sieben Tweets an. Ist natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn da jemand ist, der schon auf Twitter drei Jahre unterwegs ist oder vier Jahre und schon 1500 Follower hat. Und dann auch noch einen Podcast in dem Thema macht, wo er sowieso ständig drüber twittert. Ja, und ziemlich hochkarätige Follower auch. Also die ganzen Forschungsinstitute, die waren natürlich auch alle bei ihm drauf. Ja, das war ja auch, das war auch mit der ganzen Twitter-Reihe, die Twitter-Reihe kam ja, das mit dem Podcast und dem Twitter, das ist bei ihm teilweise parallel gelaufen. Das war auch sein Ziel. Weil es ist ja mit dem Blindwerden und so weiter, er wusste ja, Depression hin, Depression her, er wusste ja, was auf ihn zukommt. Und die iPads wurden immer größer und überhaupt erstmal verfügbar. Und Twitter und so weiter. Und er hatte halt den Plan, über dieses Audio-Medium-Podcast sich Wissen anzueignen. Und halt, er wollte im Prinzip so eine Verteilstelle für Wissenschaftssachen und so machen. Und das hat ja 100% geklappt. So, von wegen, erstmal hat er sich die ganzen Wissenschaftsdinger, die ganzen Wissenschaftsinstitute einfach mal die Berichte vorlesen lassen. Am Anfang hat er noch selber gelesen, aber später dann vorlesen lassen vom iPad. Und hat die Sachen dann vertwittert und auch die ganzen Podcasts. Und der Plan ist ja voll aufgegangen. Das war wirklich das, was er gemacht hat mit dem Blackmag42-Account, das war der Plan. Ja, der ist sicherlich aufgegangen. Gar keine Frage. Das war die, also das war der der Account, wo man zuverlässig am Abend dann irgendwie seine 20, 30 Empfehlungen bekam, was man sich über den Tag, was er über den Tag sozusagen als Perlen gefunden hatte. Und wo er dann dachte, das würde sich zu hören lohnen. Ab und zu, wenn ihr irgendwie gekocht habt oder so oder wenn Gäste gekommen sind, dann hat er, finde ich, zum Glück dem Kochen und den Gästen den Vorzug gegeben. Dann kam am nächsten Tag so eine Entschuldigung. Ja, gestern ist irgendwie spät geworden oder so. Das ging dann nicht. Also das war noch sehr viel Menschliches da drin in dem, in diesem doch recht regelmäßigen Tun. Und da habe ich mir meine stille Freude gehabt, wenn er dann einfach so sich diese Freiheiten dann genommen hat sozusagen. Die Kochrunde geht übrigens, die Kochrunde geht übrigens noch weiter. Die gibt es immer noch, auch nachdem er jetzt nicht mehr dabei ist. Das ist, das ist jetzt mein Projekt, weil ich habe vorher immer den Fehler gemacht, dass ich mit vorher meine ich mit Schulfreunden aus dem Studium und so weiter. Ich habe da zu all diesen Leuten keinen Kontakt mehr, weil ich ein extremer, schlechter Kontaktehalter bin. und diesmal habe ich gesagt, wenn ich mich jetzt hier in mein autistisches Schneckenhaus solle, ich funktioniere, ich kriege mein Leben auf der Reihe. Wie gesagt, ich habe einen Job im ersten Arbeitsmarkt, ich habe genug Geld, dass ich die Wohnung hier erhalten kann und sowas alles. Mein Leben ist halt so funktioniert. Aber ich möchte nicht wieder den Fehler machen, dass ich alle mal die ganzen Sozialkontakte einschlafen lasse. Das ist ja gesagt, hier wird weitergekocht und wenn es jede Woche immer nur Nudeln mit Tomatensauce gibt, aber hier wird weitergekocht, ist es doch ein bunterer Speiseplan, den man über Twitter ja ab und zu mal verfolgen kann. Und ansonsten hier von seinem Freundeskreis, wo ich auch mit drin bin, die Leute halte ich mir auch noch warm. Der Uli gehört logischerweise mit zum engsten Kreis dazu und das ist halt auch der Plan, das weiter aufrecht zu erhalten. Und was gibt dir jetzt die Fähigkeit dazu, das zu machen, was du vor ein paar Jahren nicht konntest? Was hat sich geändert? Ich muss keine neue Fähigkeit, wie gesagt, Neukontakte sind für mich extrem schwierig, aber das sind ja alles Leute, die ich kenne, wo ich halt, das sind ja alles Leute, die ich kenne, wo das, was halt ein Unterschied war, die Kommunikation ist alles über Detlef gelaufen, er hat telefoniert und ich habe mich mit reingehängt und habe dann nur die, wenn man real sich getroffen hat, war ich dabei. Das war ja mit einer der ersten Aktionen nach Detlefs Tod. Der Computer steht ja da, der stand da noch und steht immer noch da. erstmal bevor der jetzt irgendwie weg geht oder kaputt geht oder man sich nicht mehr einloggen kann oder sonst irgendwie sowas, die ganzen Kontakte aus dem Adressbuch rausschreiben, Telefonnummern. Und die habe ich jetzt mittlerweile und versuche das alles zusammenzuhalten, weil ich ja ganz genau weiß, wenn ich jetzt irgendwie das einschlafen lasse, drei Jahre lang, ich kann jetzt drei Jahre lang kann ich wandern gehen und Ingriffe spielen und Blümchen fotografieren oder sonst irgendwie sowas, aber irgendwann ist das alles eingeschlafen und dann stehe ich ganz alleine da. Und das will ich jetzt aktiv verhindern, dass ich wenigstens das, was ich jetzt an Kontakten habe, halten und daraus versuchen, auch vielleicht irgendwie neue Kontakte zustande zu bringen. Dann bist du aber weit von dem entfernt, wo du mal gestartet bist. Du hast ja gerade selber gesagt, du bist ein schlechter Kontaktehalter gewesen und jetzt sagst du, das ist das Mindeste, was ich mir jetzt vornehme, ist die Kontakte zu halten, vielleicht sogar, wenn es besonders gut läuft, auch noch ein paar neue dazuzubekommen. Also das ist ja ein ganz anderes Vorhaben sozusagen. Irgendwas ist passiert. mit dem Sven, dass er sich jetzt so äußert, oder? Sagen wir es mal so, das bin ich irgendwie dem Detlef schuldig, weil der hat mich auch ein bisschen auf die Schiene gebracht. Wie gesagt, der hat das geschafft, was früher mangels Ausbildung, weil es nicht in der Ausbildung war, der hat das mit dem Asperger rausgelegt, der hat auch nicht nur bei mir das gehabt, der hat irgendwie auch die Gabe gehabt, der hätte Psychologie studieren müssen, das wäre das Richtige gewesen. Aber wie gesagt, das Studieren war ja irgendwann, der hat sich ja erledigt gehabt, weil es gab andere Probleme mit dem hier mit Blind und so weiter, dann und so weiter. Und deswegen, der hat auch bei anderen Leuten so geholfen, weil der konnte auch so, hat so ein bisschen die Momo-Fähigkeit einfach mal zuhören. Dann irgendwie drei Nächte drüber schlafen und seine Schlüsse draus ziehen und auch den Leuten richtig zureden. Und er hat auch viel bei mir, weil wir haben extrem viel auch miteinander geredet, auch kontroverse Themen, wir hatten verschiedene Meinungen und das ist halt, er hat, vor allen Dingen hat er mich immer aus, wenn ich irgendwie zu radikale Gedanken habe, hat mich wieder auf die, von wegen, dass ich nicht immer, weil ich bin auch jemand, der extrem denkt, immer schwarz und weiß und er hat gesagt, äh, schwarz und weiß ist meist irgendeine Grauschufe dazwischen. Mag sein, dass sie näher bei Schwarz liegt, aber ganz schwarz ist es nicht. Und das, das hat er mir auch beigebracht und deswegen, so wie, so wie manche Gläubige sagen, wenn sie, wenn sie irgendwie eine Situation, wie hätte Jesus gehandelt, hätte gesagt, was hätte, sag ich das so immer, was hätte Detlef gesagt, ich glaube jetzt nicht an Detlef, aber so einfach nur mal so eine Parallele von wegen, wie Problemlösung, wie man anders an Probleme rangehen kann. Das ist ja clever, einfach mal zu überlegen, was hätte vielleicht Detlef zu der Situation gesagt. Ja, gut. Muss ich ja jetzt, weil ich kann ihn nicht mehr fragen. Ja. Ja. Aber so ist er irgendwie noch in dir vorhanden, sozusagen. Auf jeden Fall. Also die Art und Weise, wie er die Welt betrachtet hat, die Weltsicht und die Werte, die er kommuniziert hat, die hast du alle noch in dir drin. Du kannst das hören, fühlen, sehen. Ja, klar. 20 Jahre zusammen gewohnt. 20 Jahre war das. Ja, verdammt. Verdammt, verdammt. War eine harte, harte Zeit, die du da jetzt im letzten Jahr hinter dich gebracht hast. Ja, das ist ja fünf Monate her. Der Vorteil ist, ich funktioniere. Das heißt, ich bin jetzt nicht irgendwie in Depressionen gefallen. Ich konnte einfach und dann in den ersten zwei Monaten gab es einfach nur Dinge zu tun. Es musste hier die Wohnung aufgeräumt werden, es mussten Sachen gesichtet werden, es musste Papierkrieg erledigt werden und wenn alles nicht mehr geholfen hat, habe ich mir einfach, ich habe Kilometer gekloppt zu Fuß, das ist eine wahre, eine wahre Pracht, also hunderte Kilometer. Dann habe ich natürlich Ingress gespielt, wie blöde und so, dass man es sogar auf der Karte gesehen hat und da kann man sich, konnte ich mich ablenken. Ich bin halt nicht in ein Loch gefallen und ich konnte halt einfach Dinge tun. Ich funktioniere einfach und ich hatte halt, der Vorteil ist, ich habe halt keine richtigen Probleme im Äußeren auf der Arbeit, es klappt einfach. Man geht da morgens hin, macht seine Arbeit, geht abends nach Hause, man muss sich nicht irgendwie Sorgen machen, dass man arbeitslos wäre oder dass irgendein Amt einen nervt und das hat viel geholfen und sehr, sehr viel Hilfe von den Leuten. Also wie gesagt, in der ersten Woche habe ich nur die Leute alle antelefoniert und auch nach der Beerdigung Wahnsinnshilfe von den ganzen Leuten und jetzt auch von der Familie und so, das klappt. Das ist ja schon mal sehr gut zu hören, wirklich sehr gut. Was mich ja, ich habe tatsächlich mit dem, ich war davon ausgegangen, dass der Proton-Podcast ohne Detlef so nicht weitergeht und als ich die letzte Woche oder wann war das in meinen Podcatcher guckte und sagte, du sah, Proton ist wieder da oder da gibt es eine neue Episode, ich war wirklich überrascht. Moment, was läuft denn da ab? die machen einfach weiter oder Sven macht weiter oder Uli oder wie auch immer. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen, zu sagen, wir machen jetzt einfach weiter? Ist es einfach so, show must go on oder ist das so ein bisschen wie das, was Detlef angefangen hat, kann man nicht einfach beenden, sondern das ist ihm zu ehren, mindestens weiterzuführen oder was ist das Motiv? Alles war mit dabei, alles war mit dabei, auch es geht mir auch darum, auch wieder Kontakt zu halten, weil ich bin jemand, ich habe eigentlich viel zu erzählen, aber traue mich nicht und mit, jetzt sagen wir es mal so, so eine Gelegenheit, ein Podcast, wo ich auch noch jemanden mit erreiche, wie gesagt, ich könnte ja jetzt auch einfach was eigenes anfangen mit drei Tweets und fünf Followern und sonst irgendwie sowas, aber wann habe ich schon mal die Möglichkeit, erstmal ein Thema, was andere Leute interessiert, weiterzumachen und überhaupt, dass mir auch jemand zuhört, weil ich meine immer so, wenn ich dann habe das Gefühl, das Internet ist groß, man ruft was rein, aber hören tut es keiner, das ist ein Podcast, wo mit tausend Downloads oder so, Größenordnung und man bekommt Feedback, das den Leuten gefällt, es kommen halt nicht wahnsinnig viele Feedback-Sachen, aber die, die kommen, sind durchweg positiv, mit ansonsten halt mal technischen, hauptsächlich, wenn es halt darum geht, technische Einwände oder sowas, aber ansonsten, es ist, das Sprachrohr nach außen will ich auch beibehalten und das war mit Uli ziemlich schnell einig, wir machen das irgendwie weiter und wir haben erst gedacht, selbst wenn es dann nur noch irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden Podcast, aber irgendwie machen wir was weiter. Wir haben ja schon ein bisschen was geändert, dass wir halt, der Freiraum ist ja jetzt erst mal von der Menge her zu dem Rätsel eingedampft worden, von der Menge her und wir haben im warmen Labern, haben wir ja den Arvid Dörbalt dabei gehabt und da, das war so eine Sache, der erst vor zwei Jahren hat er mal dem Detlef einen Audiokommentar geschickt und ich habe dann, da habe ich mich besonders gefreut, weil er hat gesagt, er würde am liebsten mal mit uns telefonieren und gesagt, da habe ich gesagt, genau das Richtige, weil diese schriftliche Kommunikation finde ich extrem schwierig. Ich habe am liebsten direkte Gespräche, deswegen mache ich Potsdok so gerne, dann Telefongespräche und danach kommen diese ganzen schriftlichen Sachen, also E-Mails schreiben über Twitter oder sonst irgendwie, das ist für mich alles nur Hilfssache, um ein richtiges Gespräch herbeizuführen. Ich habe lieber so hier jetzt frei zu reden, weil für mich anstrengend ist, Text zu verfassen. Wenn ich twittere, also eigentlich könnte ich zehnmal so viele Tweets haben, aber neun von zehn Tweets schicke ich nicht raus. Das heißt sogar, teilweise habe ich schon ein Bild angehängt und was geschrieben, aber sage ich, nee, tust du nicht, weil traust du dich nicht und sonst irgendwie sowas. Weil es steht im Internet und das können alle lesen und so und das ist so, wie vor ein paar Jahren die Diskussion war bei Facebook von wegen, wenn Schüler sich gegenseitig mobben und so weiter, dass da mal gesagt wurde von wegen, es wäre schön, wenn bei Facebook und Co. so ein, willst du das wirklich schicken Abfrage zum Schluss nochmal kommt. Und die habe ich automatisch eingebaut und zwar in fünffacher Stufe. Willst du das wirklich schicken? Ganz sicher? 100% sicher? Nee, lieber nicht. Und deswegen gehen neun von zehn Tweets bei mir nicht raus. Und alles, was ich jetzt erzählt hätte, wenn ich das über Twitter erzählt hätte, hätte ich erstens drei Jahre gebraucht. Und mindestens 90% davon hätte ich überhaupt nicht erzählt. Weil ich mich nicht getraut hätte. Und was gibt dir jetzt die Sicherheit? Ich meine, du weißt ja auch, dass das veröffentlicht wird. Sogar jetzt im Moment, was wir sprechen, geht live in die Welt, aber es gibt auch eine Aufzeichnung hinterher. Eigentlich ist es ja nur ein anderes Medium, aber die Konfrontation mit dem Publikum, hast du ja egal, ob du es schreibst oder ob du es sprichst. Was ist da anders? Ich bekomme jetzt sofortiges Feedback, weil ich mit dir rede. Das ist sofortiges Feedback, das mit einer Latenz von einer Sekunde. Ohne, dass ich jetzt noch, weil für mich ist es halt, der Kopf hat, ich vergleiche das Gehirn gerne mit einem Computer. Jeder Vergleich hinkt, aber es ist einfach nur, irgendwo muss man anfangen. Und meine Prozessorkapazität ist halt, wenn ich jetzt rede, kann ich frei reden und da hinten ist genug Platz. Wenn ich jetzt aber noch tippen müsste, inklusive Rechtschreibung, Überwachung der Rechtschreibkorrektur, dass da nicht statt, ich hab dich lieb, Arschloch rauskommt, weil er irgendwie, so solche Sachen sind ja, nee, wenn die Rechtschreibkorrektur irgendwas macht, dann muss man das alles noch kontrollieren. Oh ja. Dann will ich gerne noch vernünftig formulieren und dann kommt immer noch die dreifache Reflexion, wie kommt das an, weil ich auch gerne, ich lese einen Tweet, hab dazu einen Gedanken, hab dazu noch einen Gedanken, einen dritten Gedanken, boah cool, das kannst du jetzt tippen, aber die zwei Gedanken dazwischen, da können viele Leute nicht folgen und dann können die Leute meinen, was, entweder ist der doof oder was ist das denn für, und so weiter und deswegen lasse ich es weg. Und hier bekomme ich sofort dickes Feedback, wenn ich jetzt irgendwelchen Mist erzähle, dann fährst du mir über den Mund oder sonst irgendwie sowas oder sagst was da, dann kann ich sofort eine Richtigstellung bringen. Ja stimmt, ich habe jetzt gerade im letzten Satz Bullshit erzählt, ich stelle das jetzt sofort richtig und das kann ich sofort richtig stellen, ohne dass das irgendwie noch ein Tag dazwischen ist, wo das schon so ein Schisszaub ausgelaufen ist. Und das ist, weil ich sehr, sehr, sehr viel reflektiere über sowas und viele, was denkt der, was denkt der, was denkt der, dass ich denke und erhänge mich in den Endlusschleifen und dann irgendwann kommt dann bei mir im Kopf der Sat.1-Ball oder die Sanduhr und sagt, dann sage ich nur noch Steuerung alt entfernen und weg damit. Lassen wir es lieber, genau. Lassen wir es lieber, genau. Hättest, von wegen diese typischen Kalendersprüche, hättest du geschwiegen, hätte man dich für weise gehalten. So in der Art. Gibt es da nicht diese schöne Geschichte, wo jemand beim Nachbarn irgendein Werkzeug ausleihen möchte und sich dann die ganze Zeit überlegt, der wird mich wahrscheinlich hinterher hassen, weil ich ihm das irgendwie nicht richtig zurückbringe oder so und am Ende macht er nur noch die Tür auf, schreit den Nachbarn an, dann behalten sie doch ihre Bohrmaschine und machen die Tür wieder zu und der Nachbar weiß überhaupt nicht, worum es geht. Das ist so schön, das auf die Spitze getrieben. Das kennst du? Das kenne ich, ich kenne das mit einem Hammer, aber die Sache ist die, genau wenn, das war das Schöne mit dem Detlef, genau so ein Gedankenkreislauf passiert mir ständig, weil ich auch jemand bin, der halt immer negativ denkt, von wegen, was ist das schlimmste Ergebnis, was rauskommen kann. Das ist ja, normalerweise sind ja, wenn man irgendeine Handlung machen will, hat man meistens so eine Gauss-Kurve. In der Mitte sind neutrale Ereignisse, an der einen Seite sind die super guten Ereignisse und auf der anderen sind die super schlechten und die Höhe der Kurve ist halt die Wahrscheinlichkeit, wie ein Ereignis eintritt. Das meiste sind halt durchschnittliche Ereignisse. Aber ich konzentriere mich immer auf die Seite mit den schlechten Ereignissen und überbewerte die. Das heißt, bei mir im Kopf ist keine Gauss-Kurve, diese Glocken-Kurve, sondern auf der einen Seite der Glocke ist ein sehr, sehr hoher Berg und das macht natürlich die Bewertung kaputt und dann kommt dann tatsächlich, behalten sie ihren Hammer doch und dann geht es noch ein weiter, bevor ich dem Nachbarn das sage, gucke ich lieber auf den Boden und spreche ihn überhaupt nicht an und dann denke ich mir immer, der hat mir den scheiß Hammer doch eh nicht gegeben. Und das hat der Detlef mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass das nicht so ist. Hallo, Gauss-Kurve, nicht eine Seite, eine riesen Beule nach oben. Ja, ja, klar, also es gibt eben auch genau die anderen, dass jemand sagt, ja, klar können sie meinen Hammer haben, ich habe auch zwei, einen großen und einen kleinen, wir können auch beide mitnehmen, damit es auf jeden Fall zu ihrem Problem passt oder so, das gibt es ja halt auch. Genau, ja. Wir sehen, wir sehen das Negative, also, ich sage jetzt mal wir, weil ich kenne das natürlich auch, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht die Asperger-Diagnose habe, aber ich kenne das aus dem, aus dem, aus dem Alltag halt auch, dass ich Dinge, Situationen tendenziell negativer bewerte, auch schon so ein bisschen mit dem Gedanken, ja, nimm mal lieber nicht das Gute an, dann bist du hinterher nicht enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Das ist aber eine ganz, ganz gefährliche und eine ganz blöde Voreinstellung. Ich habe das mal für klug gehalten, aber ich bin zwischen der Meinung, das ist ganz, ganz gefährlich, wenn man sich das einredet. und es taucht überhaupt nicht. Das ist allgemein gefährlich eher, wenn man Entscheidungen treffen muss, weil, wenn man das jetzt mal, ich bin jemand gerne, der auch, das hat mit dem Detlef immer so gerne, auf Politik und so weiter. Wenn Staatsführer so denken, dann wird aufgerüstet, weil man geht ja davon aus, der überhält einen garantiert. Kannst du ja nicht glauben, was der da vereinbart mit dir, genau. Ja, und es ist auch, Staaten nehme ich gerne als Gleichnis, so von wegen, wenn Menschen Staaten wären, dann gibt es, dann ist das, das Reden ist, und Handeln untereinander, ist die Diplomatie. Und bei Diplomatie, da geht es ja los von wegen, wenn jetzt zu Konflikten kommt, eine Note schicken, einen Botschafter einbestellen, Botschafter zurückziehen, Sanktionen verhängen, Krieg erklären, ein Panzer an der Grenze auffahren lassen, Bomben schmeißen und zum Schluss kommt die Atombombe. Das ist so die Eskalationsstufen nach oben. Und das Problem ist bei mir, dass ich nicht erkenne, ob ich auf der anderen Seite eine Wirkung erkenne und deswegen, wenn es zu Konflikten kommt, häufig direkt die Atombombe einsetze und natürlich dann für sämtliche Optionen in der Zukunft kaputt mache. Und deswegen, weil ich weiß, weil ich weiß, dass ich so bin, scheue ich Konflikte, weil ich nicht richtig streiten kann, weil ich nicht richtig hocheskaliere und auch nicht wieder richtig runtereskalieren kann. Und mit der Atombombe sieht man auf jeden Fall Wirkung im Zielgebiet. Aber die ist so nachhaltig, dass das Verhältnis zu dem jeweiligen Staat, auf dem man die Atombombe geworfen hat, auf Dauer zerrüttet ist. Und der Rest der Welt sieht das ja auch. Und deswegen, streiten ist für mich schwierig. Aber das konntest du mit Detlef, hast du gerade vorhin gesagt, dass du kontroverse Diskussionen hattest. Oder war das dann nur kontrovers, kein Streit? Wir haben uns natürlich, die Fetzen sind geflogen, einfach nur das, aber er wusste ja, was mit mir ist. Und er hat bei mir auch immer bewusst sehr schnell sehr hoch eskaliert, einfach nur deswegen, weil, wie gesagt, das ist auch wieder so eine typische Asperger-Sache. Unser 1 sieht gerne die Grundfarben bei Emotionen, rot, gelb, grün, blau, aber nicht die Nuancen dazwischen. Das heißt, ich erkenne nicht, wenn ich das Gegenüber verletzt habe oder irgendwie beleidigt habe. Und zwischen Detlef und mir war die Konvention, es wird offen geredet. Bei uns wird nicht durch die Blume geredet, sondern es wird richtig sofort Klartext geredet. Dann ist jeder mal grummelt in seine Ecke. Nach einer halben Stunde ist man nach wiedergekommen, hat es ja doch recht gehabt. Aber dadurch war halt, da staute sich kein großer Druck auf, sondern es hat immer mal, man hat immer mal so den Dampf abgelassen. Mit dem Detlef ging das halt, weil halt man wusste, wie der andere tickt. Und bei fremden Leuten weiß ich das halt nicht. Und deswegen, ich bin jemand, der immer versucht, zu vermitteln oder Konflikte klein zu halten oder von vornherein sich so vorzuhalten, dass gar nichts im Konflikt kommt. Und das führt dann gerade wirklich zum Konflikt. Und wenn es mit dir selber ist, mit deinem eigenen Ich-Sein irgendwie. Wie, ja. Das kann auch von wegen, in der Politik ist dann das Problem der Appeasement-Politik. Hier von wegen. Was ist das, die Appeasement-Politik? Das ist die Sache, was zum Beispiel Großbritannien vor dem Zweiten Weltkrieg gegenüber Deutschland vorgeworfen wird. Das halt spätestens ab der Annexion, ab der Anschluss Österreichs, danach ging es ja mit der Tschechoslowakei weiter. Erst die Grenzgebiete und danach ja die ganze Tschechoslowakei. Und bis zum Angriff auf Polen haben wir immer gesagt, dann hört Hitler doch auf, dann hört er doch auf und er hat nicht aufgehört. Und das ist halt Appeasement-Politik. Von wegen, nicht von vornherein, also wenn man es im Nachhinein sieht, das Gegenteil davon wäre gewesen, spätestens bei der Annexion der Tschechoslowakei, spätestens bei dem Rest Tschechei, spätestens dann hätte Großbritannien sehr massiv reagieren sollen, also mit mindestens schwersten Sanktionen und so weiter. Das ist wieder so eine Sache. Das ist halt zu viel durchgehen lassen. Das meine ich mit Appeasement. Und das ist halt, ich bin jemand, der in der Politik wahrscheinlich den Fehler machen würde, entweder Appeasement oder den Krieg eröffnen, indem ich eine Atomwurm auf die Hauptstadt werfe. Das wäre, deswegen, ich wäre kein guter Staatenlenker. Absolut nicht. Die Zwischentöne, die fehlen dann schon, würde ich sagen. Das kann selbst Trump besser. Oh, das ist aber jetzt ein hartes Urteil gegen dich. Ja, das meine ich ja. Deswegen, ich sage, wenn mich einer als Präsident wählen würde, ich würde sofort zurücktreten, einfach nur aus Liebe zum Land. Das ist ja mal eine schöne, das ist ja mal eine schöne Logik. Sehr gut, sehr gut. Nehmt mich nicht, ich mache euch nur kaputt. Herrlich. Wieso kennst du dich denn eigentlich in der Wissenschaft so gut aus? Ich meine, du hältst da Vorträge über die Elemente, dass mir nur die Ohren schlackern im Proton. Wo hast du das alles gelernt? Das kommt aus meiner Jugendzeit. Einfach nur, eben als die Pubertät losging, da setzte bei den anderen die Pärchenbildung ein und die Sache von wegen am Wochenende einen drauf machen. Und wie sah das bei Sven aus? Ich hatte eine Karte von der Stadtbibliothek und am Freitag hieß das, bitteschön, das Maximum von zehn Büchern, was man gleichzeitig ausleihen dürfte, ausschöpfen und hoffen, dass das über das Wochenende reicht. Und da bin ich dann halt in Bocholt in der Stadtbibliothek. Moment, du hast zehn Bücher über das Wochenende gelesen? Ich hatte sie dabei gehabt, also einfach nur, einfach nur sie da haben, damit genug Auswahl da war. Meistens hat das dann für eine Woche gereicht und so weiter. Aber es war halt so von, wenn die anderen am Wochenende einen drauf machen gegangen, hat sich Sven in der Stadtbibliothek verkrochen und wie gesagt, eher die Bücher mitgekommen zu Hause hinter Büchern verschanzt. Und dementsprechend auch die Leistungskurse Chemie einfach nur, weil es mich interessiert hat. Dann bin ich halt hier nach Siegen gekommen und dann kam das Phänomen Internet und irgendwann gab es auch mal das Phänomen Wikipedia und wenn man Google die richtigen Fragen stellt, kommen auch Antworten. Das ist einfach alles angelesen, einfach nur Interesse. Aber auch auswendig gelernt. Du kannst es ja dann auch. Also ich lese ja in Wikipedia auch, aber ich habe das ja sofort wieder vergessen, was da steht. Du behältst es ja wenigstens. Ich behalte interessante Teile davon. Meistens läuft das dauernd, also wenn mir jemand die Wikipedia wegnimmt, dann sinkt mein IQ erstmal um 20 Punkte so ungefähr. Weil ich dann, ich habe viel gelernt von wegen Wissen, wo was steht oder halt, wie fragt man Google richtig? Von wegen, wenn ich, ich habe mal irgendwas davon gehört, dass das und das, dass das Element komisch ist und so weiter. Ach, da war das. Solche Sachen alles. So Fragen, warum ist Gold, Goldfarbe und nicht grau wie die anderen Metalle und solche Sachen alles. Und das Exakte kann ich nicht sagen, aber ich wüsste, dass ich dann einfach nur unter Gold und dann relativistische Effekte gucken müsste, von wegen hier mit, mit den, mit den Elektronenorbitalen und so weiter. Dann könnte ich dann wüsste, ich kann das jetzt, jetzt kein Vortrag, warum Gold goldfarbig ist, aber ich wüsste, wo ich in der Wikipedia nachgucken muss. Damit ich mir da ein Skript machen kann für die, für die Protonsendung Gold. Das ist einfach nur viel, viel gefährliches Halbwissen. Ja gut, davon leben wir natürlich alle irgendwie. Das ist schon klar. Ist das denn dann geskriptet, was du da vorträgst? Also machst, schreibst du das jetzt in ausführlicher Form vor oder machst du dir Stichpunkte? Wie gestaltest du deinen Beitrag da? Es ist ein Mix. Es ist teilweise ausformuliert. Ich möchte aber jetzt weiterhin kommen, mehr zu nur Stichworten, weil ich finde, ich habe einen zu starken Referatstil und fühle mich manchmal auch, als wenn ich ein Referat halten müsste. Ich hätte gerne, wenn ich das so wie jetzt hätte, so eine Art Dialog und moderierte Sache, aber das lässt sich in meinem Proton-Podcast so nicht machen. Deswegen muss ich das im Prinzip mit mir selber machen, indem ich mir nur eine Liste mache, worüber ich reden will und den Rest, den muss ich mir vorher schon durchdecken. Das mache ich gerne auf der Arbeit, weil Straßenreinigung hat den Vorteil, dass man den Kopf frei hat und dann kann man sich über den nächsten Podcast Gedanken machen. Das ist klar. Das Gespräch mit dem Arvid, glaube ich. Arvid, ja. Arvid. War das freier? War das in dieser Form, die du gerade angesprochen hast? Denn es war, es hat mich irgendwie, ich habe gemerkt, es ist irgendwas anders, aber ich weiß noch nicht so genau, was ich da beobachtet habe. Es existierte überhaupt kein Skript. Aha. Das funktionierte ganz einfach so, der Arvid ist an uns herangetreten, von wegen, weil ich sagte ja schon, von wegen, dadurch, dass der Detlef fehlt, unser Moderator fehlt, beim Warmlabern, die Sache mit den Wissenschaftsmeldungen und Podcasts wird weniger werden, weil ich halt wenig Neues entdecke und mit den Wissenschaftsmeldungen und dann hat der Arvid mal gesagt, das mit den Wissenschaftsmeldungen könnte ich ja mal machen und allerdings nicht so von wegen, ich mache das nicht wie in Deutschlandfunk, von wegen neuer Komet entdeckt, heißt so und so, hat die und die eine Umlaufbahn, fertig, nächste Meldung, sondern so, neuer Komet entdeckt. Was bedeutet das für uns? Und wir hatten ja so das Thema rausgeguckt von wegen Meeresspiegelanstieg und was bedeutet das von wegen, ja, Küsten, Küstensaufen ab, da sind Städte, die müssen weg und die Leute müssen irgendwo hin und dafür müssen Häuser gebaut werden. So, jetzt schwätzen wir mal darüber, wie baut man für 5 Milliarden Menschen neue Häuser und das noch unter der Maßgabe, dass Sand am Meer doch endlich ist. Das war so halt und dann haben wir eine Stunde darüber geschwätzt. Das war ein tolles Gespräch. Das war wirklich tolles Gespräch. Das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich halt, vor allen Dingen, es war für mich weniger anstrengend als der normale Proton-Podcast, weil ich halt nicht lesen musste. Genauso wie ich jetzt hier sitze, ich gucke hier auf den Monitor, ich sehe da ab und zu mal bei Twitter mal hier von, mal eine kurze Meldung und habe ansonsten hier die paar Stichworte, die ich mir aufgeschrieben hatte, aber ansonsten brauche ich halt, kann ich genauso gut auf die Cola-Flasche da vorne gucken oder sonst irgendwie so, habe aber den Kopf frei und kann reden. Das finde ich gut und deswegen, das mit dem Arvid hatte richtig Spaß gemacht. Das könnte es mit dem Uli doch genauso machen eigentlich oder gibt es irgendwie Gründe, warum das nicht funktionieren würde? Das müssen wir mal gucken. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal gesagt, das war ja letztes Jahr, das ist jetzt fünf Monate schon her und wir haben jetzt gesagt, so erstmal können wir uns mit dem Pottwichtel schon mal über die nächste Folge retten. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Zeit, ohne dass der im Feed gar nichts läuft und haben netterweise, haben wir auch einen relativ kopffreundlichen Podcast bekommen. Wir hatten ja den Nachtschatten, die halt große Geschichten vom Englischen und Deutschen übersetzen und dann einfach vorlesen, hatte den Vorteil, das war einfach nur Arbeit. Da brauchte man im Prinzip nicht kreativ sein, wir haben uns da was ausgesucht und haben das dann übersetzt und vorgelesen, das war einfach nur Arbeit. Und danach haben wir uns dann gesagt, wir machen jetzt erstmal so weiter, wie es jetzt ist und was jetzt in Zukunft ist, das ist ja nicht in Granit gemeißelt, weil deswegen, es kann durchaus sein, dass wir so noch da hinkommen, weil zurzeit haben wir ja unsere Themen, also das Element ist ja vorgegeben, da haben wir noch ein paar und da werden uns die Themen für die nächsten 60, 70 Folgen nicht ausgehen. Bei Moleküle habe ich ja jetzt erstmal das Fasswasser aufgemacht, da gibt es auch noch ein bisschen was zu, da kann ich noch ein paar Folgen mit füllen. Der Uli ist ja noch mit seinen Operationsverstärkern dran und mit den Rätseln müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Man kann es ja einfach machen und ich sage jetzt einfach mal ganz böse, bei Puerto Partida klauen, da kommen ja genug Rätsel. Das wäre aber doof, das muss man nicht unbedingt machen. Das stimmt. Aber so ansonsten, wie es jetzt exakt weitergeht, die Rubrik heißt ja Freiraum. Da kann man ja machen, was man will. Worüber wir reden, was wir machen und ob wir das nächste Mal, das ist ja eigentlich das Ziel, das mit dem Arvid, das haben wir ja eine Woche später aufgenommen, weil das halt drei Leute unter einen Hut bekommen, ist relativ schwierig. Es wäre schön, wenn wir das Ganze mal zu dritt machen können, dann kann es durchaus mal sein, dass wir das dann zu dritt so haben. Aber ich kann nur sagen, also Elemente und Moleküle wird es auf jeden Fall immer weiter geben. Solange bis die Elemente durch sind. Und die Elemente, also bis 118 können wir ja noch, wobei die letzten Elemente relativ meistens nur ein Aufhänger sind, weil viel zu berichten darüber gibt es ja nicht. Beim nächsten wird das übrigens genauso sein. Das nächste wird Scandium sein, da wird es über das Element selbst nicht so viel zu erzählen geben. Wer hat überhaupt schon was von Scandium gehört? Aber das hat so ein paar Metathemen, wo ich mich dann drauf und dran aufhalten werde. Nur schon mal so als Spoiler für die nächste Sendung. Ja, dir wird bestimmt was einfallen. Aber ich, wo du gerade Poetopathie da erwähnst, da musste ich tatsächlich schmunzeln, als ich dir zugehört habe, weil du von dem Leuchtturm sprachst und von dem Zuschauer oder Zuhörer, Beteiligung und so weiter. und gleichzeitig hat es ja gesagt, du hast im Moment keine Gelegenheit, regelmäßig reinzuhören. Poetopathie da als solches gibt es gar nicht mehr. Das ist abgeschlossen. Nach drei Tafeln haben die zugemacht. Und insofern gibt es eben auch keine neuen Rätsel mehr. Also da kommt jetzt irgendwas Neues. Das ist nicht mehr lange hin. Johannes hat mir beim Podcamp in Essen so ein paar Andeutungen gemacht. Da bin ich mal gespannt. Da kommt demnächst was. Auch wieder was mit Hörerbeteiligung. Ist ja schade, aber hat jetzt auch einen Vorteil, einen abgeschlossenen Podcast, damit wird man irgendwann fertig. Den kann man wie ein Hörspiel einfach durchhören. Richtig, den kannst du bingen, genau. Oder bingen, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie das genau heißt. Also am Stück jedenfalls hören. Vor allem, man weiß, irgendwann kommt der Endgegner. Da weiß man dann, oder man weiß, wer der Mörder ist oder wie auch immer. Es hat einen Schluss. Ja, genau. Du hast gerade das Wichteln erwähnt und gesagt, ihr habt den Nachtschatten-Podcast bewichtelt, aber ihr seid ja selber auch bewichtelt worden vom Zölonen-Podcast. Und ich habe die Folge nicht gehört, aber ich habe mitbekommen, dass die euch ein Lied gedichtet haben da drin. Das ist ja wirklich ganz wunderbar. Bevor du mir was dazu sagst, wie es dir gefallen hat, hören wir uns erstmal ein Stückchen davon an. Am Anfang war das Internet. Allenthalben sah man da. Dies als großen Schritt in die falsche Richtung an. Publizieren kann heute jeder. Podcasts machen das mit Ton. Hör pro Ton. Dann geht's weiter. Dann käme tatsächlich der Refrain und der zieht sich jetzt erstmal wieder auf die zweite Strophe. und da geht's dann. Beim Lesen werd ich immer richtig mühle. Das Internet ist Segen und auch Fluch. Viel zu oft weißt du nicht mehr, was ich in meiner Playlist hab. Woher sollst du das noch wissen? Ich kenne die Melodie gar nicht, sonst wäre ich noch mitgesungen. Ja, das hätte ich vorbereiten müssen. Aber vielleicht klappt das ja jetzt schon bei der zweiten Strophe. Äh. Ja. Schon gut. Zweite Strophe wäre dann, es geht jetzt immer so weiter nach diesem Konzept. Also, hier geht's jetzt. Die einen finden Werbung gut, für die anderen ist's beglopft. Sippelkissen sind im Print, wie bescheuert wird's denn noch? Beim Podmichteln, da wirbst du auch, aber für einen anderen Cast, das macht Spaß. Wenn du einen Podcast suchst, doch die Suche fällt dir schwer. Ein Tuts schon fast leer gehört, aber da gibt's noch mehr. Englisch kannst du auch, doch selbst die kennst du alle schon. Proton. Hör Proton. Protonpörner, wie kennen die Elemente? Wortwichtern schaut über der Rand. Viel zu oft weißt du nicht mehr, was du in deiner Playlist hast. Drum höre unseren Cast. Drum höre unseren Cast. Proton, 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 Proton. Das hat jetzt ein bisschen übersteuert. Bisschen, ja. Ich konnte einfach nicht mehr an mich halten. Proton ist ein Podcast. Sven, wie fühlt sich das an, wenn man so bewichtelt wird? Oh, ich fand's schön. Das hat man richtig gehört. Das hat denen Spaß gemacht. Und ich fand's auch schön, dass so ein bisschen so viel Meta noch drin war. Das war ja alles noch mit drin, auch in ihren Musiktheorie, wo sie uns das halt die, von wegen Quintenzickel und solche Sachen, Akkorde sowas nahegebracht haben, mit selbst eingespielten Tönen. Also etwas anderes, als wenn man das einfach nur irgendwie zum Beispiel Wikipedia liest. Ich fand's einfach klasse gemacht und habe auch direkt gedacht, von wegen, ich hab's ja, als ich gehört hab, das wird dem Uli auch gefallen. Und es hat ihm gefallen, oder? Ja. Würde ich jetzt auch vermuten. Ja, Akkustik, Gitarre auch dabei. Er macht ja, der Uli macht ja auch Musik. Und dann hab ich mir das halt noch. Spielst du auch ein Instrument? Nee, nee, nee. Ich bin absolut unmusikalisch. Ich kann nicht mal einen Taktal. Nee, 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 kann ja nicht sein. Du gibst ja musikalische Empfehlungen. Ich höre, ich konsumiere Musik. Du hast ja ganz klaren Musikgeschmack. Ja, du bist ja auch musikalisch, auch wenn du konsumierst, oder? Ja, gut. Also, gut, wenn manche Leute, man könnten meinen, dass das, was ich da höre, keine Musik ist, aber über das Lass sich immer streiten. Ja, natürlich. Okay, also beim Portflächel habt ihr mitgemacht, um einfach im, ja sozusagen im Geschäft zu bleiben. Das auch. Und, ja, was noch? Und wir haben die letzten, die letzten zwei Mal ja auch mitgemacht und es war, und halt, weil es auch mal Spaß gemacht war, auch mal über einen Tellerrand hinaus zu gucken. Aber man weiß ja überhaupt nicht, was kommt. Also, das heißt, man weiß schon, man weiß, was im Topf ist und man weiß halt nicht, was man davon bekommt. Ja, also wenn ich jetzt nur eure Wichtelpartner sehe, Nachtschatten-Podcast und Ceylon-Podcast, muss ich sagen, sind mir beide unbekannt. Ich versuche ja schon einigermaßen einen Überblick über das Podcast dann zu bekommen, aber ich fall immer wieder auf, also ich sehe immer wieder Angebote, ich fall nicht drauf rein, das ist eine blöde Formulierung, mein Blick fällt immer wieder auf Angebote, die ich bisher nicht wahrgenommen habe. Und wenn ich den Ceylon-Podcast jetzt so höre, mit der Musik, dann muss ich sagen, da habe ich wahrscheinlich was verpasst. Da muss ich mal reinhören. Ja, das hatte ich auch gedacht, als wir noch die Folge bekommen haben, habe ich auch erst mal geguckt, wer könnte es gewesen sein. Ich meine, der Uli hat ja auch gesagt, von wegen, dass er es halt mit der richtigen Frage an Google relativ schnell hatte. Google habe ich nicht bemüht, weil ich die Indizienlage nicht gut genug war und habe dann einfach mal gedacht, wer könnte es, es mussten irgendwie Nerds gewesen sein, die halt eben irgendwas, weil zwar Star Wars zog sich durch den ganzen Podcast und dann kamen von den 60 oder wie viele es waren, blieben noch 10 übrig und ich hatte nachher, als der Uli mir gesagt hatte, ja gut, also einer der stärksten Verdächtigen war es tatsächlich. Weil das war auch von der Themenauswahl her, fand ich das, also schon alleine die Shownotes zu lesen, ich hatte keine Zeit reinzuhören, sondern habe es mir erst mal nur einfach aufs iPhone gezogen und dann später gehört, aber schon alleine, als ich die Shownotes gesehen hatte, gesagt habe, das fängt schon an, einfach interessant zu werden. Ganz sicher, ganz sicher. Ja, im Chat steht dem Detlef hätte das auch gefallen, das glaube ich auf jeden Fall auch, dass es ihm gefallen hätte, das denke ich auch. Ja gut, Sven, ich glaube, so ganz langsam können wir den Fokus von der Gartenbank runternehmen von dir, es sei denn, du möchtest jetzt noch irgendeinen Aspekt des Proton-Podcasts oder dann aus deinem sonstigen Leben noch hervorheben, den ich bisher nicht erfragt hatte, wo du sagst, das wäre mir noch wichtig, darüber zu sprechen. Ansonsten würde ich dich bitten, einfach bei uns zu bleiben, wir machen, wir gehen jetzt durch die weiteren Themen der Sendung, durch das Querbeet und so weiter, wenn du möchtest, bleib einfach bei uns und misch dich immer wieder ins Gespräch ein, wenn dir was einfällt oder wir etwas Falsches sagen, was du besser weißt als wir, dass du einfach dann dabei bleibst. Wäre das okay für dich? Ja, auf jeden Fall, also gesagt habe ich jetzt, glaube ich, schon genug, also wir sind ja schon wieder fast in vogonische Ausmaße vorgestoßen. Aber das habt ihr ja auch geschafft, also ich habe reingehört in die neue Episode Proton, wo am Anfang du mit dem Uli darüber sprichst, ja, es wird nicht mehr so lang werden und wie lang ist die Folge geworden? Genauso lang wie alle anderen, oder? Nee, eine Stunde kürzer als fünf Stunden geworden. Oh ja, ja, also gut, aber gefühlt, also es war jetzt nicht gerade eine Kurzfolge, würde ich mal sagen. Gut, eine Stunde, okay, das merkt man dann doch schon, also das stimmt, das ist mir nicht so aufgefallen. Das ist mir nicht so aufgefallen, ist staunlich. Ja, es hat sich auch ergeben, jetzt war schon allein mit dem Arvid, dass das eine Stunde geworden ist und wir haben noch nicht mal alle Themen durchgehabt. Wir wollten, da war ja noch das, am Anfang von dem Einspieler war ja noch, das eigentlich von dem Verilage Telescope, da, dass die das effektiv auf, auf die vierfache Größe einfach nur mit Tricks bringen wollten. Da haben wir ja nachher gar nicht drüber geredet, weil das hat sich nicht mehr ergeben. Aber der Arvid wird jetzt mehr oder weniger regelmäßig dabei sein. Was heißt regelmäßig, das ist der Plan, also so hatte ich das, vor allen Dingen, es hat auch Spaß gemacht und nächstes Mal hoffen wir das mal so, dass wir auch mal alle drei zur gleichen Zeit Audiospuren machen und nicht halt, dass halt eine Woche dazwischen steht. Ja, es könnte eine ordentliche Dynamik entstehen. Da bin ich immer sehr gespannt. Okay, dann machen wir hier Schluss. Ich danke dir schon mal ganz, ganz herzlich hier an dieser Stelle für das, was du alles erzählt hast. Es waren ja sehr persönliche Dinge dabei, dass du den Mut hast, da so offen drüber zu reden. Ich glaube, das ist für viele, viele Menschen ein Denkanstoß und ich glaube, damit bist du mit diesen Gedanken auch nicht so ganz allein auf der Welt. Also das ist, ich denke, da sind einige Sachen bei gewesen, wo ich denke, da werden sich viele Menschen schon wiederfinden. So wie du dich in diesem Buch Die seltsame Welt des Christopher Doom wiedergefunden hast, so werden sich auch viele in deinen Beschreibungen wiederfinden, denke ich. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank. Aber bevor ich jetzt hier noch eine Längerung quatsche, kommen wir einfach mal ins Querbeet. Und im Querbeet, da kommen wir erstmal unseren Chronistenpflichten nach. Es war ja am letzten Wochenende das Podcamp 2018, die Veranstaltung in Essen im Unperfekthaus. Und der Lars und ich, wir waren da, Marc war auch da, der ist aber heute nicht hier. und wir haben da die, ja zumindest einen, Lars hat einen von zwei Tagen, ich habe zwei von zwei Tagen miterlebt, wo wir eine kurze Rückschau halten. Lars, wärst du bereit, deinen Eindruck vom Podcamp mir mitzuteilen? Ja, ich kann nochmal eben ein paar Sachen aus meiner Sicht sagen. Wer den Sendegarten nach dem Podcamp letztes Jahr gehört hat, der hat vielleicht noch einen, ja, ein Einspieler im Ohr, den ich damals zugesteuert hatte. Da war ich ja live noch nicht dabei und da habe ich mich so ein bisschen verhalten geäußert. Es gab eben so ein paar Kritikpunkte, die ich damals hatte. Dieses Jahr hat sich das ganz anders, war das ganz anders. Es war deutlich gelungener, mir hat es wirklich gefallen. Es waren viele Leute da, es gab auch einen Haufen Sessions, da war durchaus was dabei. die Stimmung fand ich total toll und ja, mir hat es gefallen, da bin ich nächstes Jahr sofort wieder mit dabei. Das fühlte sich ziemlich rund an und Sessions, was hatte ich gesehen, mir angehört, eine interessante Session zur Umstellung von Podcasts von HTTP auf HTTPS. Das steht kurzfristig bei mir nochmal an, bei meinen Angeboten. Dann gab es noch so ein erster Einschnüffel Workshop sozusagen in Reaper Schrägstrich Ultraschall. Den fand ich sehr schön aufgezogen, da war ich allerdings von meinen Kontakten mit Reaper und Ultraschall schon ein bisschen rausgewachsen. Der hat mir jetzt persönlich nicht mehr viel Neues gebracht, aber so wie ich die anderen Leute wahrgenommen habe, kam das gut an und war auch für die Beteiligten da interessant dabei zuzuhören. Ja und ansonsten war ich gar nicht so viel in Sessions drin, sondern habe mich hauptsächlich im Hauptbereich aufgehalten und habe mit vielen Leuten geredet. Jemand hatte auch einen MIDI-Controller dabei, da haben wir ziemlich viel dran rumgepuzzelt, den mit Hindenburg und mit Reaper zu verbinden, also ich mit Hindenburg und zwei andere haben dann mit Reaper gebastelt und das hat einfach alles sehr, sehr viel Spaß gemacht und war ein feiner Tag. Ich kann das nur bestätigen, muss ich sagen, also ich bin da auch mit sehr gemischten Gefühlen hingefahren, nachdem das Erlebnis im Jahr zuvor ja auch wirklich so sehr gemischt war, sagen wir mal so. Ich glaube, dass es der Veranstaltung insgesamt sehr gut getan hat, dass der Thorsten sich Verstärkung an seine Seite geholt hat. Marc und Florian von der Gretchen Frage waren Mitorganisatoren, der Stanley Witte, der keinen eigenen Podcast macht, aber irgendwie da in diesem Dunstkreis um den Drei-Frage-Zeichen-Podcast oder Thorsten Runter ja doch schon mal aufgetaucht ist oder Podcast Verein jedenfalls. Maurice, den wir vor gar nicht so langer Zeit beim Potro das erste Mal getroffen haben, war auch dabei, der hat ganz viel Praktikantendienste glaube ich, habe ich sie genannt. Es war noch ein Praktikant dabei, dessen Namen mir gerade nicht einfällt und dann gibt es noch diese Frau aus der Marketing-Ecke, das ganze Podcast war ein bisschen gesponsert von vier, drei oder vier Herstellern, ein Bildschirmhersteller, ein Tastaturhersteller, ein Kopfhörerhersteller, eine Bank, für, die auch für mehr so kreative Projekte irgendwie fördert und so weiter. Und diese Auswahl, die wurde über eine Agentur gemacht und die Dame von der Agentur, die war auch dabei, die hat zwei Tage hat sich das alles angeguckt und hat auch das eine oder andere wohl im Hintergrund so ein bisschen gesteuert. Ich glaube, dass das dieser Veranstaltung insgesamt sehr gut getan hat. Teile, völlig einen Eindruck waren interessante Leute da, da haben sich auch ganz interessante Arbeitskreise und Workshops ergeben und auch ich habe da interessante Sachen gesehen. Der eine war, da hat sich eine Teilnehmerin, die Nina, die hat mit dem Gedanken gespielt, einen Podcast zu starten und wollte dann, das hatten wir auch getwittert, so wissen, was sind denn die Do's und Don'ts, was sind denn die sieben Todsünden des Podcastings, was muss ich auf jeden Fall vermeiden? und dann haben sich zwölf Leute in so einen Saal gesetzt und sie hat eine Frage geäußert und es ging reihum entweder eine Meinung dazu oder ein Kommentar oder eine Empfehlung, was man machen kann, das wurde teilweise kontrovers diskutiert, der eine sagte, was weiß ich, auf die Frage, kann man mit einem Handy Podcast aufnehmen? Da sagt der eine, nee, das reicht nicht und der andere sagt, das reicht ja wohl und das war ein sehr lebhaftes Gespräch, sehr freundlich und respektvoll miteinander, das war insgesamt so der Spirit, der sich so durchgezogen hat und am Sonntag, das hast du gar nicht mehr mitbekommen, Sonntag gab es dann so eine Abschlusssession, wo dann auch so ein bisschen über die Perspektive für das nächste Jahr nachgedacht wurde, das hat der Florian moderiert und der ist Pastoralreferent, also irgendwie da so mit der Kirche verbunden und am Ende der Sitzung, also am Ende dieser Diskussion sagte, ach, wenn mein Pfarrgemeinderat nur ein bisschen von der Disziplin hätte, wie der hier diskutiert wurde, dann ging es mir viel besser, das war so schön, dieses Statement, also das war insgesamt echt eine gelungene Veranstaltung, Dankeschön an Torsten Runter und sein Team dafür, dass sie sich das ans Bein gebunden haben. Innerhalb dieser Veranstaltung des Podcast wurde ja ein Podcast Preis verliehen, auch darüber hatten wir schon gesprochen, dass es eben vier Kategorien gab und da dann wo sind denn jetzt meine Unterlagen? Ach da, alles weg und in den Kategorien Bildung, Technik, Sport und Sonstiges und Unterhaltung Preise verliehen worden sind. Wahrscheinlich haben das schon alle mitbekommen, aber vielleicht einmal zur Vervollständigung, wer denn jetzt Gewinner gewesen ist. In der Kategorie Bildung waren drei, also die drei Angebote mit den meisten Stimmen sind gewesen der Fünf-Ideen-Podcast, Hoxhiller Podcast und dann letztendlich auf der Gewinner Methodisch Inkorrekt Podcast. Die waren also dann, der Nikolas war auch dann da, hat den Preis abgeholt, wurde ein bisschen befragt. Über die Hintergründe, wie diese Kategorien zustande gekommen sind, wurde nichts gesagt. Also nur insoweit, dass der Detlef Breitenbach, von dem wir gerade schon über Sven ein paar Mal gehört haben, dass der wohl diese Kategorien mitentwickelt hat. Weißt du da etwas drüber, Sven? Bei Wobei? Beim Podcasterpreis, Podcastpreis 2018, dass es diese Kategorien Bildung, Technik, Sport und Sonstiges und Unterhaltung gibt. Das soll auf Detlef zurückgeführt sein. Wenn, dann hat er das in Konferenzen, wo ich nicht dabei war. Er hat ja auch viel gemacht mit seinem iPad, wenn er live irgendwas gemacht hat, aber ich habe davon jetzt noch nichts mitbekommen. Ich wusste, dass er bei Whispods mitgemacht hat und so und da auch in der Redaktion mit drin war, aber jetzt die Details und so weiter weiß ich jetzt nicht, weil ich auch nicht immer da war. Okay, aber ich bringe das noch eben zu Ende, dann gab es noch die Kategorie Technik, da haben die meisten abgestimmt für Insat Moin, Apfelklatsch und der Gewinner in der Kategorie ist auf ein Bier, auch ein Podcast, den ich nicht kenne, ist ein Games Podcast. In der Kategorie Sport und Sonstiges, schöne Grüße an What's in Your Pants, kamen die drei Angebote Hossa, Hossa Talk, Kack und Sachgeschichten und Fatboy Run auf die vorderen Plätze und Fatboy Run hat dann den Podcast Preis gewonnen und in der Kategorie Unterhaltung gab es so viele Stimmen und wohl auch ein relativ enges Kopf-an-Kopf-Rennen, so ganz genau habe ich das nicht verstanden, dass dort zwei Preise ausgelobt worden sind, also die drei mit den meisten Stimmen waren Gemischtes Hack, Fest und Flauschig und das Herrengedeck. Herrengedeck hat dann gewonnen, die beiden Damen aus Berlin waren auch da, Fest und Flauschig hat auch gewonnen, aber leider war der eine von den beiden an dem Abend irgendwo auf der Bühne und Jan Böhmermann lag leider krank im Bett und konnte den Preis auch nicht persönlich abholen. Ja, das Ganze hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert, es wurde moderiert von einer Dame, die wohl bekannt aus Funk und Fernsehen ist, wie hieß sie noch? Emily Wickham. Mir sagte das nichts, aber ich fand, das hatte schon eine gewisse Rundheit, also ich glaube nicht, dass sie sich jetzt mit dem Podcast-Land so wirklich ganz intensiv auseinandergesetzt hat, aber das war auf jeden Fall schon mal deutlich vorzeigbarer, als es im letzten Jahr gewesen ist, wo diese Preisverleihung ja innerhalb von fünf Minuten zu Ende war und man wusste gar nicht, wann es angefangen und wann es richtig aufgehört hatte. Das war schon ein bisschen was Größeres. Ich habe an dem Abend einfach ein Mikrofon mitlaufen lassen und ich habe einfach mitgeschnitten sozusagen. Wir werden das verlinken, falls sich da jemand nochmal einen Höreindruck verschaffen möchte, wie das da so abgelaufen ist. Das findet ihr dann in den Shownotes. Insgesamt herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner. Oh, ich sage gerade Gewinnerinnen, der doch natürlich hier herrngedeck. Na, ich wollte gerade sagen, da sind doch auch Frauen dabei. Und nochmal ein Lob an die Organisation vom Podcamp, da werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr, wenn es angeboten wird, auch wieder gerne hingehen. Was übrigens nicht ganz so gut funktioniert hat, war das für 18 Uhr an dem Abend der Podpreisverleihung gleichzeitig stattfindende Hörertreffen. Das ist irgendwie untergegangen. Also, das wurde auch in der Feedbackrunde diskutiert, dass so ein Gespräch mit Hörerinnen und Hörern oder eine Gelegenheit, die zu treffen, in dieser Zeremonie der Preisverleihung und der anschließenden Live-Podcast-Situation dann doch untergegangen ist. Und man überlegt aber schon sehr konkret, wie man das vielleicht im nächsten Jahr voneinander trennen kann. Also, das ist nicht ungehört geblieben. Im Troll-Container wurde besprochen, dass das, also da hatten sich TJ und Judith drüber unterhalten, dass es wahrscheinlich auf den Freitag vorverlegt werden soll, die Veranstaltung. Das klang schon sehr konkret dort, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie konkret das dann wirklich ist. Also, die Idee war geboren, weil es war so die Überlegung, kann man diese Preisverleihung am Freitagabend machen als Event sozusagen und dann nimmt man sich den Samstag als Tag, wo man so ein bisschen arbeitet und endet dann quasi am Samstagabend mit dem Hörertreffen und macht Sonntag gar nichts. Das war aber mehr so ein Brainstorming-Punkt. Das ist, ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt schon final abgesegnet war, aber es wurde so gefragt, könntet ihr damit leben, wäre das für euch okay oder wäre das jetzt für so Bahnreisende irgendwie zum Beispiel oder Leute, die von weiter her gekommen sind, waren auch einige da, jetzt zum Beispiel TJ aus der Ecke München oder Judith, die hatten echt lange Anreise dafür und umso mehr freue ich mich, dass das dann auch ein Tag war, wo die beiden dann auch ein positives Fazit oder ein ganzes Wochenende, wo die beiden dann ein positives Fazit mitnehmen konnten, so in Summe. Das klang ja ganz gut am Toll-Container vom TJ. Genau. Es gibt auch schon einen neuen Termin, nämlich den 9. März 2019, Beginn um 10 Uhr. Zumindest aktueller Stand der Dinge. Ist das dann Freitag? Das ist im Moment noch ein Samstag. Siehst du, dann sind da schon unterschiedliche Aussagen. Also das muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Die Idee, das mit dem Freitagabend zu machen, klingt ganz gut. Dann hat man diesen Showbusiness abgehakt und kann sich hinterher dann quasi mit der Community treffen und hat das dann schon mal hinter sich. Irgendwie hat das was, aber gut. Schauen wir mal, wie die das machen. Ich denke, die haben da schon ein gutes Händchen für. Okay. Sonst noch jemand was zum Podcastpreis oder Podcamp? Sebastian, weiner Seite nicht. Genau, weitere Fragen hatte ich jetzt nicht. Also ich hatte jetzt leider auch keine Zeit irgendwie. Achso, wird noch irgendwas veröffentlicht von dem Soll angeblich veröffentlicht werden. Also einige der Sessions wurden mitgeschnitten und die sollen dann wohl auch noch irgendwo dann veröffentlicht werden, wenn dann wahrscheinlich unter podcamp.de vermutlich. Okay. Habe aber bisher auch noch nichts gefunden. Allerdings habe ich gesehen, dass die Seite zum Podcastpreis jetzt dann tatsächlich auch eben die Gewinner zeigt und auch nochmal die Namen und die Links dann auch zu den Angeboten, dass man sich eben auch schnell eine Übersicht machen kann, überverschaffen kann. Wer sind denn eigentlich die Preisträger? Kann ja sein, dass jemand methodisch inkorrekt noch nicht kennt. Durchaus möglich. Ja, es gibt auch im Chat den Kommentar, es wurden ja vor allem unbekannte Independent Podcasts gefördert und ausgezeichnet. Ja, also in der Tat kann man ja die Organisatoren da durchaus aus der Verantwortung nehmen, weil sie ja gesagt haben, es gibt eine Nominierungsrunde und danach eine Abstimmungsrunde und wenn dann eben diese unbekannten Newcomer wie methodisch inkorrekt nominiert werden, ja dann ergibt sich das einfach da heraus. Also das kann man jetzt im Prinzip dem Durchführenden gar nicht so vorwerfen. Man könnte es vielleicht irgendwie anders organisieren. Da wurden auch ein paar Ideen gewälzt. Es ist natürlich blöd, wenn jetzt was weiß ich ein Bobs und Bob Podcast schöne Grüße an unseren Mitpodcaster im Urlaub sozusagen den Bob. Wenn der jetzt gegen Jan Böhmermann antritt oder so, dann hat ja Jan Böhmermann keine Chance. Das ist ja völlig klar. Das sind einfach dann zwei verschiedene Paar Schuhe. Wie man da aber Kategorien schafft, wer will jetzt sagen, das ist ein kleiner Podcast und das ist ein großer Podcast und dann irgendwie unterschiedliche Kategorien aufmachen oder so. Das wurde ein bisschen durchdacht und dann merkte man aber schon, jede Grenzziehung ist schwierig zu argumentieren und sollte sich dann, musste man sich sehr gut überlegen, wie man das halt macht. Genauso die thematische Einschätzung ist schwierig oder auch die Größenordnungs Einschätzung ist schwierig. Ich habe Atmen gehört, jemand will was sagen. Ja, also ich sehe die Sache mit dem Podcastpreis auch immer noch so ein bisschen unabhängig vom Podcamp. Ich habe zwar jetzt die Preisverleihung an sich dieses Mal nicht gesehen, die haben wir schlicht verpennt. Wir waren beim Abendessen unten gewesen und guckten irgendwann auf die Uhr und sagten, huch, der Podcastpreis ist, wir sollten nach oben gehen und da war gerade die letzte Verleihung durch. Aber so, man merkt, dass es hier und da im Getriebe halt ein bisschen knirscht, wenn man sich einfach ganz sachlich die Kritikpunkte anguckt, die es auch dieses Jahr gegeben hat. Und ja, ich bin nicht sicher, ob man in der Lage ist, diese Kritikpunkte alle so abzuhaken, dass es für alle fair ist. Und deswegen bin ich da, was die ganze Preisgeschichte angeht, so ein bisschen zögerlich und vorsichtig. Aber ansonsten, wenn ich das mal ausklammere, fand ich das Podgame eben prima. Jo, hat sich einfach gut angefühlt und waren nette Leute da, waren auch deutlich mehr Leute da als letztes Jahr. Okay, letztes Jahr muss man dann auch wiederum dazu sagen, das war ja der Tag, wo das gegenüberliegende Einkaufszentrum mit einer Bombendrohung bedroht wurde und also da waren ja, das stand ja rundum voll mit Polizisten und das wurde auch in Funk und Fernsehen kommuniziert und da sind ja auch viele ganz spontan dann eben zu Hause geblieben, weil sie gedacht haben, wenn da eine Bombe hochgeht, dann möchte ich nicht zehn Meter in der Nähe sein sozusagen. Das hat vielleicht auch ein bisschen die Stimmung getrübt. Kann sein, dass das auch tatsächlich an den Menschen oder an den fehlenden Menschen gelegen hat, denn so ein Workshop oder ein Barcamp, das lebt natürlich davon, dass da Menschen irgendwie mitmachen, mitgestalten und das hat auf jeden Fall dieses Jahr richtig funktioniert, das muss man sagen. Okay, dann schließen wir das ab und schauen mal, was sich vielleicht im nächsten Jahr in Essen tut. Zwischendurch gibt es ja regelmäßig viermal im Jahr das Pottruhetreffen, auch im Unperfekthaus, das wiederum von vielen auch gelobt wurde als Kreativtempel sozusagen mitten in der Essener Innenstadt, kann man auch wieder nur sagen, hat sich total bewährt, auch der Umgang da mit den Leuten, mit den Betreibern, alles total unkompliziert und sehr angenehm. So, kommen wir zu einem anderen Thema und zwar die Lara Studer, die kennen wir als die Auslandsschweizerin und so ein Podcastangebot hat sie ja auch, die möchte aber ein neues Projekt starten und das soll heißen Mensch, glaube ich, nee, Hashtag, Hashtag Mensch. Sie schreibt dazu, der Frühling rückt näher und die ersten Blüten sind zum Greifen nah. Auch in der Podcastlandschaft herrscht, wie wir alle wissen, stets Bewegung. Erblühen soll auch ein neues Projekt von Lara Studer, die Macherin unter anderem vom Das Leben als Auslandsschweizerin Podcast. Und wie ich gerade feststelle, hat sie das nicht geschrieben, sondern unser lieber Kollege Mark, der heute Abend aber nicht da sein kann, weil er irgendwo dienstlich aufgehalten wird. Weiter geht's. Über die sozialen Kanäle verteilte sie ein PDF mit ihrer Idee und einen Aufruf zum Mitmachen. Sie sucht Mitpostcasterinnen und Podcaster, Gäste, Moderatorinnen und Moderatoren, um ihre spannende Idee namens Hashtag Mensch umzusetzen. Was Lara genau vorhat, wie der Zeitrahmen aussieht, haben wir euch in einem kleinen Beitrag zusammengefasst. Der Mark hat nämlich einfach die Lara angerufen und mit ihr darüber gesprochen. Und wir hören das jetzt mal, das sind acht Minuten Interview Mark und Lara. In der Podcastlandschaft ist der Garten bunt geschmückt und es entstehen immer wieder neue Knospen. Für eine neue Knospe ist Lara Studer verantwortlich. Hallo Lara. Hallo. Lara Studer, wer ist das eigentlich? Sie ist verantwortlich unter anderem für den schönen Podcast das Leben als Ausland Schweizerin .de hat aktuell 73 Folgen, podcastet nicht immer alleine, sondern auch gerne mal mit Gästen. Ist das richtig? Habe ich das so richtig wiedergegeben? Das hast du richtig wiedergegeben, genau. Um was geht es denn eigentlich in dem Leben als Ausland Schweizerin? Also für meinen Personal Podcast, da hat es eigentlich mal angefangen als Ausland Schweizerin, dass ich damals die Unterschiede zwischen Deutschlands und Schweiz erklärt habe, bis mir irgendwann mal der Stoff ausgegangen ist, das war nach knapp drei Monaten der Fall und dann ist es irgendwann mal zu einem Personal Podcast geboren, mit dem ich dann auch so meine ersten Gehversuche in der Podcast Community gemacht habe. Mittlerweile ist das eigentlich nur noch so eine Rand Notiz, also ich mache ihn noch ab und zu, wenn ich was zu berichten habe, aber mittlerweile konzentriere ich mich halt auf andere Podcast Projekte. Wie zum Beispiel dein neuestes Vorhaben, du hast über Social Media aufgerufen zum Mitmachen, was hat dich denn dazu bewegt, dieses PDF da zu schreiben, das sind ja fast zwei Seiten voll mit Infos und das sieht sehr professionell aus, was hast du denn da genau vor, um was geht's? Also tatsächlich will ich diesen August, also bis August einen neuen Podcast starten, der heißt Hashtag Mensch und darum geht es, eigentlich ist es der Podcast, ich nenne ihn immer sehr salopp, der Podcast, der dich von der Wiege bis zum Grab begleitet. Es soll ein Podcast sein, der eigentlich alle, möglichst alle Aspekte des menschlichen Lebens abbildet, also von Kinderkriegen über Kindererziehung über aber auch Kinderlosigkeit über Partnersuche über Scheidung, über Altersarmut etc. Und dafür suche ich mit Podcaster, weil das soll eine Talkrunde sein und hat mit verschiedenen Gästen, die hat immer wieder mal wechseln und auch gerne mal mit wechselnden Moderatoren und dazu wird ein Blog betrieben und falls sich dann irgendwann mal rentieren würde und gut quasi eingepanelt ist, soll das auch kosmedial quasi betrieben werden. Und da suche ich daher momentan Moderatoren und das PDF habe ich erstellt, weil ich so dachte, hey, das sieht doch auch mal so richtig toll aus, wenn man sagen kann, hey, jetzt hast du ein richtiges Angebot mal für alle Leute und ich wollte es halt einfach weit, wirklich weit streuen können. Also suche ich auch Leute, die vielleicht auch schon noch nie quasi Schritte gemacht haben in der Podcast Community. Es ist absolut kein Problem, wenn ihr keine Vorerfahrung habt, wir können das euch beibringen, ich nehme aber auch gerne, wir können auch gerne alte Hasen aufs Brot kommen, es ist alles auch keine Sache, also es wird alles quasi einzeln vereinbart, was sie da genau macht und in welchem Umfang, also ich bin da offen, also momentan sage ich, ich nehme mal alles mit, gucke mir das an und dann schauen wir weiter. Es klingt nach einem äußerst spannenden Projekt, ich bin sehr gespannt, es ist also, wenn man das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es wird also keine, keine geskriptete Sendung sein, sondern es ist eher so ein Erfahrungsaustausch zu einem gewissen Thema. Genau, es soll eigentlich ein Gespräch auf gleicher, auf gleicher Ebene sein, also auch kein gefühltes Interview, dass du sagst, hey, ich rate jetzt mal meine zehn Fragen runter, sondern vielmehr, dass die Leute halt, wenn sie zu einem Thema dann etwas besonders wissen, ob das jetzt eine persönliche Erfahrung ist oder eine berufliche Erfahrung, dass sie davon berichten können und der, die Moderatorin sind halt da, um zu unterstützen, um nachzufragen, aber auch halt ein Gespräch auf gleicher Ebene zu führen. Also wir, wir sind jetzt, es ist wirklich mehr eine Gesprächsrunde als ein Interview. Super. Welche Anforderungen hast du nochmal, weil in diesem PDF, du hast zwar eben schon gesagt, es darf sich jeder, es ist egal, ob du mal im Podcast irgendwo mitgemacht hast, selbst erstellt hast oder noch gar keinen, gar keine Berührung mit diesem, mit diesem Thema Podcast hattest, aber trotzdem hast du doch deine, deine Suche relativ deutlich formuliert in dieser, in diesem Anschreiben. Ja, also ich habe geschrieben, natürlich, es muss ein gewisses Interesse für, für das Thema sein, also, wenn du am liebsten E-Bikes irgendwie zusammenbaust und vielleicht gar nichts mit dem Thema anfängst, ja, dann machst du lieber einen E-Bike Podcast, aber, was sonst noch kommt, ist so, Zuverlässigkeit ist mir schon irgendwo wichtig, es ist ein Projekt, das ich sehr ernst nehme, es ist kein Larifari Projekt, also ich habe auch geschrieben, es wäre gut, wenn du bis zum Ende des Jahres sicherlich Zeit hast, das ist nämlich, so, so habe ich ungefähr die erste Staffel geplant und dass wir nach der ersten Staffel immer noch Leute, immer noch sagen können, hey, jetzt möchte ich lieber gehen, ich habe jetzt andere Projekte, ich habe so kein Problem, aber das wäre mir schon wichtig, dass man die erste Staffel mal gesetzt habe und sagen kann, okay, die erste Staffel machen wir alle mit, danach können wir immer noch gucken, ja, und was mir halt wichtig ist, es ist ein Mikrofon Setup, dass das da ist, dass es ein ordentliches Mikrofon Setup ist, das muss jetzt nicht ein High-End Gerät sein, aber es sollte kein Knappen und Rauschen im Hintergrund zu hören sein, einfach weil ich das auch nicht, also ich kann den Mitpodcastern sowas nicht stellen, das ist auch so ein Punkt, das ist ein kostenloses Angebot, es wird zwar geplant, dass es monetarisiert wird, aber es wird halt weiterhin erstmal kostenlos bleiben und dementsprechend kann ich auch nichts bezahlen, außer ewige Ruhm und die Ehre mitgemacht zu haben. Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, gab es die Idee schon länger, ich habe da irgendwann mal was im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, glaube ich, irgendwas mal gelesen, es sollte ein Podcast zwischen 30 und 60 Minuten lang werden, das hängt mir noch so ein bisschen zwischen den Synapsen und du willst die, das hängt mir noch deutlicher zwischen den Synapsen, die Lücke zwischen Gesellschafts- und Sexpodcasts decken. Genau, genau, das war der ursprüngliche Plan, da habe ich das so ein bisschen, ich bin nicht gehen lasst und gedacht, so hey, ist ja irgendwie auch noch so toll, dass es, wenn es noch ein bisschen ein größeres Portfolio ist, letztendlich möchte ich eigentlich mit diesem Podcast jetzt erreichen, dass auch Leute, die eigentlich keine Hörer sind von Podcasts, dazukommen, also wirklich so das große Abenteuer holen und nicht Podcasts-Aushörende akquirieren, sondern genau außenstehende Leute und dementsprechend habe ich gedacht, hey, ein richtig breites Gefächer des Portfolios ist eigentlich keine schlechte Idee und warum es dann nur auf Gesellschafts-Podcasts mit Kontext Sexualität auszuweiten, mach es doch über den ganzen Weg hinweg und da kannst du das ja auch einbinden, unter anderem. Es ist auch quasi das Ziel, nicht unbedingt das Ziel, dass wir Hörer haben, die dann strikt gern hören, sondern dass es auch dann Leute gibt, die sagen, hey, heute reden sie, also diese Woche reden sie über Altersarmut, das interessiert mich, nächste Woche reden sie über Kindererziehung, das interessiert mich nicht. Also auch Leute quasi abzuholen, die sagen, ich höre mal rein, eins, zwei Folgen und da wieder nicht und dementsprechend ist das Portfolio extrem weit gestellt bei diesem Podcast. Es gibt dir aber auch als Mit-Podcaster die Möglichkeit zu sagen, hey, zu dem Thema habe ich was beizutragen, das interessiert mich, da möchte ich gerne moderieren, da möchte ich gerne schneiden, wie auch immer oder zu sagen, nee, da habe ich überhaupt kein Interesse, da will ich nicht mitmachen. Deswegen ist es auch das Ziel, dass ich ein großes Moderatoren-Team habe, sodass wir das uns ein bisschen aufteilen können und die Last nicht auf wenige fällt. Liebe Lara, herzlichen Dank für deine Zeit, lieben Dank für deine Ausführungen und viel Erfolg mit deinem Vorhaben und ich gebe jetzt zurück in den Sendgarten, falls ich nicht selbst da bin. Tschüss. Tschüss. In der Tat, du bist nicht selber da, Marc. Du hast es sehr weise vorhergesehen, aber du hast uns diesen schönen Einspieler gemacht und das schöne Gespräch mit Lara geführt. Vielen Dank von dieser Stelle dem Projekt. Alles Gute. Ich hoffe, dass das was Schönes wird und wir dann auch darüber, über den Erfolg berichten können. Berichtet haben wir letztes Mal schon über Podigy. Da tut sich in letzter Zeit eine Menge und es ist wieder was Neues bei Ihnen aufgeschlagen, nämlich ein Angebot all in one aus einer Hand der Monetarisierung. Der Sebastian hat sich das mal angeschaut. Sebastian, bitte. Ja, genau. Es geht um Monetarisierung und zwar stellt quasi Podigy unter dem Namen Podigy Premium eine, also ihre Version einer vollintegrierten Lösung zur Monetarisierung eines Podcastes vor. Das heißt, man kann seinen Podcast, sofern man Indie, Rockstar oder ein Business-Abo hat, dort zum Monetarisieren bereitstellen. Sprich, man kann also das Ganze hinter einer Bezahlschranke, einem individuellen Feed platzieren, sodass also ausgewählte Hörer und Hörerinnen dann darüber abgerechnet werden können. Das Ganze ist basierend immer auf einem Zeitmodell. Sprich, man, also der Hörer oder die Hörerin kauft halt für einen Monat oder für ein Jahr halt den Zugang zu diesem individuellen Feed und kriegt dann halt dementsprechend die dort platzierten Audio-Podcasts. Ja, das Ganze kostet dann zusätzlich, außer dass man halt schon ein bestehendes Podigy-Abo haben muss, dann nochmal 10% Gebühren und auch nochmal Zahlungsgebühren. Das kann man sich aber alles auf der Webseite bei Podigy nochmal genauer nachlesen und unterstützt werden aktuell an Zahlungsmethoden, Kreditkarten und SEPA-Überweisungen. Ja, das war's eigentlich schon, ja. Okay, vielen Dank. Ich habe hier gerade mal wieder das falsche Keyboard benutzt und die Karte, die du gerade in Betrieb hast, habe ich ins Archiv verschoben. Es war keine Absicht. Es ist keine Wertung damit verbunden. Entschuldigung. Irgendwas ist hier schiefgegangen. Ich kann hier auch wiederherstellen. Ja, okay, ich drücke jetzt hier einfach mal auf. Ich habe es wiederhergestellt. Ich bin weg, ne? Oh, tut mir so leid. Es war keine böse Absicht. Bevor ich noch mehr kaputt mache, übergebe ich lieber an den Lars, der uns jetzt über die nächsten Termine informiert. Tu dann nicht. Ach so, Entschuldigung, ich bin ganz durcheinander. Wolltest du das noch diskutieren, das Podigy Premium Paket? Wollen wir da was zu sagen? Ich? Du, Sebastian? Wolltest du das diskutieren? Nein, ich wollte da jetzt auch nichts dazu sagen. Ich habe auf den Einspieler gewartet. Ich auch. Ja, 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 ja. Ich habe mich gerade selber gebremst. Okay, okay. Wenn ihr alle so drauf wartet, dann mache ich das natürlich für euch. Juhu. Mann, 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 Martin. Okay. Lars und die Termine der nächsten Zeit. Genau. Und zwar die nächsten drei Monate. Quelle ist wie immer das Termin-Wiki im Sendegate. Los geht's dieses Mal mit den Radio Days Europe in Wien. Die wollen sich um Radio- und Audio-Innovation kümmern. Und das vom 18. bis zum 20. März. Da gibt es eine Konferenz, eine Ausstellung und noch ein bisschen was mehr. Weitere Infos gibt es unter radiodays-europe.com. Dann geht's am 23. März nach Augsburg. Da gibt es das zweite PodcasterInnen- und HörerInnen-Treffen Augsburg. Das findet statt im Riegele-Wirtshaus und es fängt um 19 Uhr an. Dann wechseln wir nach Frankreich. Da wird in der Stadt Rennes in der Britannie das Podrennen stattfinden. Es beginnt am 31. März und endet am 1. April. Gefragt sind dort neugierige Menschen, die sich treffen wollen. PodcasterInnen und HörerInnen sind genauso eingeladen, sich zu treffen, Ideen auszutauschen und Innovationen zu entwickeln. Dann, Martin hat es gerade schon mal erwähnt, dann gibt es wieder ein Podruhr. Das Ganze am 6. April, wie in meinem Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr. Unter podruhr.de gibt es hier immer die aktuellen Infos. Vom 2. bis zum 4. Mai ist wieder die Republika in Berlin. Und mittendrin, nämlich am 3. Mai, da gibt es wieder ein PodcasterInnen-Treffen. Das beginnt um 19 Uhr auf dem Sonnendeck im Hof der Station Berlin. Um da teilzunehmen, braucht man kein Ticket für die Republika. Da ist wohl abends irgendwie geöffnet. Ich war selber noch nie da, aber ein Thread im Sendegate verrät da alles Weitere. Und da steht eben auch drin, dass man da ohne Ticket hin kann. Am 2. Juni ist dann wieder der Day of the Podcast, bei dem wird den ganzen Tag live gepodcastet. Dafür trifft man sich im Kiez FM-Studio des Pangea-Hauses in Berlin. Und dazu gibt es weitere Infos unter dayofthepodcast.de. Gerade hatte ich schon erwähnt, die Radio Days Europe in Wien. Aber es gibt auch noch den Radio Days Europe Podcast Day. Die Worte werden immer länger. Dev, das Ganze findet statt in Kopenhagen. Bitte. Radio Day Podcast Day? Radio Days Europe Podcast Day. Das findet statt in Kopenhagen. Und das am 12. Juni 2018. Und das richtet sich dann wohl ein bisschen mehr an unsere Zielgruppe, nämlich die Radio Days Europe. Die sind mit, ich glaube, über 800 Euro fürs Ticket nicht ganz preiswert. Jetzt für die Radio Days Europe Podcast Day kostet das Super Early Bird Ticket, das man noch bis zum 31. Mai bekommt, 225 Euro. Was allerdings für eine Tagesveranstaltung auch noch durchaus wohl eine Hausnummer ist. Wer da aber mal nachgucken möchte, findet weitere Infos im Netz unter radiodayseuropepodcastday.com. In einem Wort, keine Bindestriche, irgendwas, einfach hintereinander weggerasselt. Wer das Ganze so nicht reintippern möchte, kann das Ganze auch im Sendegate, in dem Termin-Thread, sich alles angucken und die Links anklicken. Da gibt es alle weiteren Links und eben auch noch genauere Adressen und so weiter. Und das Wiki ist, das sage ich ja auch jedes Mal, offen für weitere Einträge. Die werden dann hier beim nächsten Mal auch genannt. Und das wäre es. Ganz großartig, vielen Dank und Entschuldigung, dass ich da so zwischendurch gequakt habe. Aber das hat mich überrannt hier. Also mit Wortwitz kann man ja immer eine große Freude machen. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du den Termin immer so schön im Auge behältst und uns hier mitteilst. Okay, dann kommen wir schon zu den Setzlingen. Und ich sage es nochmal dazu. Diese Setzlinge, das ist eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl. Es ist willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt. Das heißt, es ist keine Wertung da irgendwie mit verbunden. Kein Podcastpreis, sondern es ist einfach nur die Dinge gibt es. Die Dinge laufen uns teilweise zu über den Weg oder sie werden uns zugeschrieben oder zugeschickt. Wie zum Beispiel, der erste Setzling kommt vom Tim, den wir unter Lord Ampassant kennen. Der hat mir eine DM geschrieben, weil er mir einen Vorschlag machen wollte. Er hat nämlich mit einer Kollegin aus dienstlichen Gründen ja mal einen Podcast gemacht für seine Firma. Und ich habe damals gesagt, die Stimme der Kollegin, die hat mir so gut gefallen. Und er schrieb mir jetzt, hier ein Setzling für dich, Kim und ich haben damals den Baloa Podcast Jobcast, Baloa Jobcast begründet. Und du hattest mir gesagt, dass du ihre Stimme magst. Und endlich die erste Folge ihres Nachhaltigkeits-Podcasts Kimi, Be God, Be Good. Ja, Kimi, Be God ist auch schön. Kimi, Be Good ist live. Die Premiere macht das Thema Abfallreduktion und Recycling mit Gästen von Swiss Recycling Basel unverpackt und dem Amt für Umwelt und Energie. Viel Spaß dabei. Das ist der Kimi, Be Good Podcast und ist unter Kimi, Be Good.ch erreichbar. Wie sich Kimi jetzt anhört, das hört ihr jetzt. Herzlich willkommen zu Kimi, Be Good, dem Kanal mit den guten Nachrichten rund ums Thema Nachhaltigkeit. Mein Name ist Kim Berndorf und in dieser allerersten Folge von Kimi, Be Good, werde ich dem Abfall auf den Grund gehen und hoffentlich ein paar offene Fragen klären können. Dazu habe ich jetzt Claudia von Swiss Recycling am anderen Ende der Leitung und möchte mit ihr unter anderem ein paar Fragen zum Thema Recycling klären. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo, Kim. Claudia, was war die letzte gute Nachricht, die du gehört oder erhalten hast? Also ich beschäftige mich ja wirklich tagtäglich mit dem Thema Recycling und Wiederverwertung von Materialien. Und es ist eine einfache Art, um über kleine Handlungen einen grossen Teil zum Umweltnutzen beitragen zu können. Also zum Beispiel das Recycling von Glasverpackungen in der Schweiz spart gleich viele Umweltbelastungen ein, wie eine durchgehende Nutzung von einem Laptop während 1,7 Jahren. Und ich würde sagen, das ist wirklich für jeden möglich, um etwas beitragen mit einem kleinen Aufwand. Ja, das sehe ich auch so. Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Genau. Warum ist denn eine richtige Entsorgung bzw. Recycling überhaupt wichtig? Recycling ist sehr wichtig, vor allem, weil man mit Wiederverwertung von Wertstoffen Ressourcen schonen kann, Energie kann sparen, CO2 kann reduzieren und so immer wieder neue Wertstoffe entstehen. Okay, also das heisst, die Wertstoffe, die dann recycelt werden, werden nachher wieder zu etwas Neuem verwertet sozusagen. Ganz genau. Also zum Beispiel anhand der PET-Getränkeflasche, die werden ja aus Erdöl hergestellt. Und wenn man die PET-Fläsche recycelt hat, dann braucht man viel weniger neues Erdöl, um wieder neue PET-Fläsche herzustellen. So, so klingt die Kimi bzw. ihre Gesprächspartner, kimibigut.ch und ich finde es total schön, wenn die Gesprächspartnerin einen Satz sagt und Kimi sagt, ja, das sehe ich genauso und ich habe nicht die leideste Ahnung, wovon sie gesprochen hat. Also das Walzerdeutsch ist dann doch ein bisschen fremd für meine Ohren. Aber an der Stelle erstmal einen ganz, ganz herzlichen Gruß in die Schweiz zu Lara, zu Tim, zu Kimi und den Hörerinnen und Hörern, die vielleicht in der Schweiz zuhören. Kimi Bigut, ein neues Podcast-Angebot. Dann habe ich eine Zuschrift bekommen von Benjamin Remmers, der hat uns darauf hingewiesen, dass es einen weiteren Archäologie-Podcast gibt, also wieder einen Weg in die Vergangenheit. Und zwar ist das ein Angebot aus dem Archäologischen Museum Hamburg, da gibt es inzwischen sieben Episoden. Es gab da mal einen sogenannten Eiszeiten-Podcast, der hat sich aber nur mit einer Sonderausstellung beschäftigt. Das ist aber anscheinend so gut angekommen, dass sie jetzt über das gesamte Museum einen Podcast gestartet haben und der heißt Archäologie AMH, AMH-Podcast. Archäologie, mein Gott, Podcast des Archäologischen Museums Hamburg. Vielleicht ein bisschen sperrig, aber es klingt recht unsperrig. Moin, moin und herzlich willkommen zum ersten Podcast auf AMH.de. Mein Name ist Julian Geppert. Wir machen das hier gerade eben zum ersten Mal für das Museum. Zuhörer kennen vielleicht schon die Eiszeiten-Podcast, die waren auch vom Archäologischen Museum. Das hier ist jetzt der erste Podcast allgemein vom Museum. So, ich sitze hier mit Herrn Professor Weiß, dem Direktor des Hauses, und Herrn Merkel, den Sammlungsleiser. Und mit den beiden werde ich jetzt in der nächsten halben Stunde plus ein bisschen darüber sprechen, was das Museum erstmal ist. Für alle, die das jetzt hier zum ersten Mal hören und das Museum vielleicht auch noch nicht so gut kennen. Beziehungsweise auch, was die beiden so berichten können, was sich in der Zeit, in der sie jetzt hier schon arbeiten, geändert hat. Was man vielleicht nicht unbedingt mitbekommt, wenn man jetzt einfach nur unten in der Sammlung ist oder in den Sammlungen, in den Ausstellungen. Und am Ende werden wir noch ein bisschen darüber sprechen, was dieses Museum eigentlich genau, was da die Vision dahinter ist, was da der Traum hinter ist quasi. Oder was die Vorstellungen davon sind, was es sein kann. Genau, ja, erstmal herzlich willkommen. Herr Weiß, Herr Merkel, möchten Sie sich nochmal selber kurz vorstellen, wer Sie sind und was Sie hier machen? Das will ich gern tun. Mein Name ist Rainer Maria Weiß. Ich bin der Direktor des Museums, des Archäologischen Museums Hamburg und des Stadtmuseums Hamburg. Wir sind ja auch für die Stadtgeschichte zuständig. Und in der Funktion bin ich gleichzeitig, und das ist eine glückliche Kombination, wie ich finde, der Landesarchäologe von Hamburg. Wir sind also für die Ausgrabungen in der freien Hansestadt Hamburg zuständig. Und auch für die Bodendenkmalpflege, für die Archäologie im großen Landkreis Harburg. Also ein sehr vielfältiges Tätigkeitsspektrum. Ja, allerdings. Da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen darüber sprechen, was da alles dazu gehört. Das ist ja sicherlich eine ganze Menge. Es sind ja mehr als jetzt nur Ausstellungen unten im Museum. Diese Ausstellungen werden ja aber auch zusammengestellt und geleitet von Herrn Merkel. Der sitzt hier neben mir. Herr Merkel. Ja, ich bin der Sammlungsleiter hier im Haus und in der Funktion kuratiere ich häufige Ausstellungen, immer dann, wenn sie meinen Beritt betreffen, also sprich ganz archäologische Ausstellungen sind, gelegentlich auch mal außergewöhnliche Dinge, die dann mit Stadtgeschichte ein bisschen zu tun haben, wie damals die Ausstellung Wilhelmsburg, Napoleons Silberschatz. Und gleichzeitig bin ich verantwortlich für die gesamte IT-Strategie des Hauses. Also alles das, was wir an digitalen Vermittlungskonzepten uns hier ausdenken, das koordiniere ich, das denke ich mir zwar nicht aus, aber das koordiniere ich, versuche manchmal auch die Mittel dafür zuzukriegen und setze dann mit den entsprechenden Firmen, Anbietern, Dienstleistern solche Projekte um. So weit der Ausschnitt aus dem AMH-Podcast und er hat eine einfache URL, die heißt nämlich amh.de slash podcasts und da kommt man dahin. Also der Podcast aus dem Archäologischen Museum in Hamburg. Und dann habe ich mitgebracht, genau vom Podcamp-Wochenende, einen Podcast, den ich dort zum ersten Mal wahrgenommen habe, von Veronika Engert. Es gibt schon acht Episoden und der heißt der Kroatien-Podcast oder Kroatien-Expertin-Podcast. Die Veronika betreibt einen Blog, der heißt Kroatien-Expertin und irgendwann hat sie gesagt, oh, ich könnte ja auch ein bisschen was dazu sagen und einen Podcast dazu machen. und sie war auch, wie gesagt, am Wochenende in Essen, hat sich da eben getummelt und umgeschaut und da bin ich eben auf dieses Angebot aufmerksam geworden. Kroatien-Expertin.de ist die URL und wie sich Veronika anhört, da haben wir hier ein Hörbeispiel. Herzlich willkommen und dobrodošli zu meinem neuen Podcast Kroatien-Expertin, dem Podcast über Kroatien. Bevor es losgeht mit den einzelnen Folgen, möchte ich euch in dieser Nullnummer kurz erzählen, wer ich eigentlich bin, warum ich das überhaupt mache und worum es in diesem Podcast geht. In den einzelnen Folgen soll es jeweils um ein bestimmtes Thema gehen. In kurzen, knappen Beiträgen, die nicht länger als 10-15 Minuten dauern werden, erfahrt ihr alles, was ihr schon immer über Kroatien wissen wolltet. Da dürfen Reisetipps nicht fehlen, Hinweise, wo es den schönsten Strand gibt, welche Musik ihr hören solltet, warum die Kroaten so gerne in Cafés sitzen. Oder es soll um leckere Rezepte gehen, um Traditionen, Kultur, Geschichte, Politik, Land und Leute. In meinem Podcast möchte ich euch auch gerne Menschen vorstellen, die einen ganz besonderen Bezug zu Kroatien haben. Aber wie komme ich überhaupt auf so einen Namen? Kroatien-Expertin. Also, das war so. Ich habe ja kroatische Wurzeln, mehrere Jahre in Kroatien gelebt, ich kann die Sprache und so weiter. Immer, wenn ich auf einer Party oder Veranstaltung bin, gibt es garantiert jemanden, der auf mich zukommt und sagt, hey, du bist doch die Kroatien-Expertin, oder? Hm, also geht es weiter. Mein Bruder, Vater, Hund, Katze, Maus hat mir von dir erzählt. Oh, hallo, bin ich das? Ja, und zwar, ich möchte mit meiner Familie nach Kroatien in den Urlaub fahren. Kennst du nicht zufällig? Dann kommt meistens eine ganze Auflistung. Einen flachen Sandstrand für die Kinder, ein schönes Hotel und ein gutes Restaurant. Ach ja, und der Hund muss auch noch mit. Also dachte ich mir, gut, wieso nenne ich meinen Blog eigentlich nicht so? Und nun eben den Podcast, der dazugehört. So wurde Kroatien-Expertin geboren. Das kann man sicherlich gut verstehen. Das ist die Veronika, die Kroatien-Expertin und ihr Podcast-Angebot. kroatien-expertin.de Und dann muss man sich über die Seite so ein bisschen weiter hangeln. Das ist dann Slash-Tipp-Kroatien-Podcast. Aber ich glaube, das findet man auch so recht schnell. Okay, das waren unsere Setzlinge. Und damit kommen wir jetzt auf die Zielgerade der Sendung und zu unseren Blütenschätzen. Und dann fange ich mal bei unserem Gast an, dem lieben Sven. Du hast uns einen Blütenschatz mitgebracht. Stell uns doch mal einfach vor, bitte. Ja, es ist im Prinzip ein Dauerbrenner, den ich immer wieder mal nenne. Und dabei handelt es sich jetzt hauptsächlich um den Soziopod. Der hat ja auch schon mal, glaube ich, den Grimme Online-Erwartung gewonnen. Ist ein Podcast, der sich mit Philosophie beschäftigt. Und zwar, ich glaube, wir haben schon 40 oder 50 Folgen zusammen. Interessant finde ich, einer von den beiden Leuten heißt im Nachnamen wie mein ehemaliger WG-Mitbewohner, Patrick Breitenbach heißt der. Den anderen Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Weil Namen, ich habe das ja heute gerade einfach spontan erzählt, dass das mal einer meiner Lieblings-Podcasts ist. Aber mit Namen habe ich es nicht so. Und den finde ich deswegen so gut, weil die es schaffen, auch komplizierte philosophische Themen innerhalb von zwei bis drei Stunden so rüberzubringen, dass man wenigstens oberflächlich schon mal wenigstens weiß, worum es überhaupt geht. Eine der letzten Folgen, die ich von denen gehört habe, war der über Luhmann, Systemtheorie. Und viele Leute haben gesagt von wegen, Luhmann, das muss man studieren. Und irgendeinen Kommentar habe ich gelesen auf der Seite, dass es grandios finden, wie man in zweieinhalb Stunden das hinkriegen kann, dass man das versteht. Das ist jetzt so halt ein philosophisches Thema. Und dann halt auch Sachthemen, die immer wieder kamen, so von wegen, eine von der Folge, die ich immer wieder mal gerne gehört habe, war die meine Ehre, meine männliche Gewalt und so weiter. Weil das auch eine Sache ist, die mich immer wieder beschäftigt, von wegen, wieso Leute so irrational handeln. Und solche Themen werden dann halt nicht irgendwie wertend behandelt, sondern einfach nur, man guckt von oben drauf und versucht zu erklären, warum irgendwelche Leute handeln. Und das ist halt eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt, wieso handeln Menschen wie? Und in diesem Podcast werden da viele Erklärungen abgegeben. Und das ist auch ein Podcast, von dem ich einige Folgen schon mehrfach gehört habe, um sie einfach noch mal zu vertiefen. Dankeschön. Hier wird gerade im Chat noch ergänzt, der Mit-Podcaster zum Herrn Breitenbach, heißt der Nils Köbel. Das so als Ergänzung sozusagen zum Sozioport. Vielen Dank. Lars, hast du einen Blütenschatz? Ja, ich komme allerdings dieses Mal nicht mit einem Podcast daher, sondern mit zwei Community-Events. Das eine haben wir heute schon ein bisschen ausführlicher besprochen. Ein Blütenschatz ist bei mir, dass das Podcamp so angenehm war. Und da denke ich insbesondere an das Treffen mit zwei mir völlig unbekannten Menschen nach, wo wir also alle zusammen irgendwie an diesem MIDI-Controller rumgepuzzelt haben. Und der konnte eben nicht nur MIDI-Signale senden, sondern auch empfangen. Und es gab ein Riesen-Hallo, als wir es irgendwie hingekriegt haben, unabhängig voneinander. Wir haben ja zwei verschiedene Konzepte verfolgt. Dass eine Taste die Farbe wechselte. Und da war einfach super Stimmung und so. Das ist sicherlich ein Blütenschatz von mir. Und der zweite Blütenschatz ist das Min-Korrektörer-Treffen mit dem Verwichteln der China-Gadgets gewesen vor ein paar Wochen im Das Labor in Bochum. So ein Makerspace nennt man das, glaube ich. Da waren doch satt Leute da. Es war schon sehr, sehr gut gefüllt. Und das war eine extrem tolle Stimmung. Und ich bin sehr, sehr lange da gewesen. kamen, sagen wir mal, früh morgens nach Hause irgendwann. Das war auch eine ganz tolle Veranstaltung. Und diese beiden Sachen sind meine Blütenschätze dieses Mal. Super, sehr schön. Ich hatte gar nicht dazu gesagt, Blütenschätze, das sind Dinge, die uns irgendwie bewegt haben. Das muss nicht unbedingt ein Podcast sein. Das kann natürlich ein Audio-Angebot sein, aber es kann auch irgendwas anderes sein. Und Ereignisse hatten wir, glaube ich, noch nie. Finde ich einen total schönen Gedanken, dass du da so einen Blütenschatz draufsetzt. Kann ich gut verstehen. Auch wenn ich ja leider bei diesem MinCorrect-Treffen nicht dabei sein konnte. Ich ärgere mir ein Loch in den Bauch. Ärgere mich? Mir? Egal. Es tut auf jeden Fall weh. Aber ich freue mich, dass es so schön gewesen ist für euch. Sebastian, hast du einen Blütenschatz? Ich muss diesmal passen. Okay, mehr Mut zu keinem Blütenschatz. Sehr schön, sehr schön. Ich habe noch was mitgebracht und auch mit einem Hörbeispiel gleich. Und zwar ist das aus dem Wir-müssen-reden-Podcast. Da unterhalten sich Michael Seemann und Max von Webel. Eher sporadisch, jetzt in letzter Zeit auch wieder mal etwas häufiger miteinander. Der Max von Webel war auch lange Zeit in dem Vorläufer der Freak-Show. In Mobile Max hieß das damals. Da war er lange Zeit mit Podcaster. Ist dann nach Kalifornien übergesiedelt. Ich glaube, der arbeitet für Facebook. Sozusagen ein feindes Land, wenn ich das richtig verstanden habe. Damals war es ein bisschen so das Etikett, was man ihm angeklebt hat. Und die beiden unterhalten sich dann über den Atlantik, quasi über Gott und die Welt, was ihnen gerade so auffällt. Ganz viel über Politik, was macht der Herr Trump da und so weiter. Und in der letzten Episode kam plötzlich, da hat der Max berichtet, dass er in Neuseeland in Urlaub gewesen wäre. Und in Neuseeland ist Linksfahrgebot. Und dann kam plötzlich die Frage auf, warum gibt es überhaupt das Links- und Rechtsfahren? Also wer hat denn überhaupt die Seiten festgelegt? Und da ist quasi aus dem Gedanken etwas entstanden, was man durchaus als Aufgabe an unsere archäologisch oder historisch interessierte Community, den Teil der Community, die historisch interessiert ist, geben kann. Und das können natürlich die beiden am allerbesten, deswegen hier ein Ausschnitt. Was ich halt auch krass fand, als ich das erste Mal gefahren bin. Was haben sich diese Engländer eigentlich dabei gedacht? Also ich verstehe es nicht. Es war ja der Rest der Welt, der es anders gemacht hat. Die haben es ja irgendwann mal umgedreht. Das war ja Napoleon. Alle Länder, die von Napoleon irgendwann mal mit Napoleon in Berührung gekommen sind, die sind auf der rechten Seite und der Rest ist auf der linken Seite. Ah, Napoleon ist schuld. Napoleon ist schuld. Ich habe mal gehört, das ist wahrscheinlich eine totale Urban Legend, dass Napoleon, also das war halt so, dass die, also, warte mal, wie ist das? Dass ein Soldat hat sein Schwert, hat er normalerweise in der rechten Hand, weil die allermeisten Leute sind Rechtshänder. So, das heißt, du hast den Schaft für das Schwert, hast du an der linken Seite hängen, von deinem Körper, um das Schwert halt mit der rechten Hand dann rausziehen zu können aus diesem Schaft. Das heißt, wenn du vom Pferd absteigst, dann steigst du zur linken Seite ab, damit du nicht den Schaft deines Schwerts über das Pferd rüberhiefen musst. Das heißt, du hältst an der linken Seite der Straße, des Weges an, um abzusteigen von deinem Pferd. Das heißt, du reitest auch auf der linken Seite. Und die Geschichte, die ich mal gehört habe, warum Napoleon das gedreht hat, ist halt, dass der hat einfach die gesamte Aufstellung gespiegelt. Der hat halt, also sozusagen, das war dann wohl auch so das Armeen, wenn die auf der linken Straßenseite geritten sind, dann sind die auch nach links dann ausgefallen, wenn sie irgendwie ins Feld gegangen sind oder sowas. Und der hat diese ganzen Manöver, die es so gibt, die standardisierten, hat er einfach einmal gespiegelt. Das heißt, er ist auf der rechten Straßenseite geritten und dann sind die eben, statt nach links ins Feld zu fallen, sind sie dann nach rechts ins Feld gefallen. Was dazu geführt hat, dass er so die ganzen anderen, dass er den Gegner damit immer ziemlich gut übertölpeln konnte, weil die halt mit bestimmten Reaktionen auf irgendwas gerechnet hat und er hat immer das genaue Spiegelverkehrte davon gemacht, sozusagen, womit sie nicht gerechnet haben. Kann aber auch sein, dass das alles totaler Bullshit ist. Ich weiß es nicht. Muss jemand mal erzählen, der Ahnung von Militärstrategie hat. Ja, wer hat denn hier bitteschön Ahnung von Militärstrategie und kann das vielleicht mal aufklären? Vielleicht, weil Max ja in Kalifornien sitzt, schöne Grüße an Travis und das hat ja was mit Historie zu tun. Okay, ist jetzt nicht unbedingt deutsch, aber vielleicht kannst du ja mal dich mit dem Max auf ein Bierchen treffen oder auf einen Kaffee oder einen Tee, was auch immer ihr trinken wollt, und das ja mal aufklären. Das wäre doch mal was. Das würde mich sehr freuen. So, das war aus mir müssen reden. Man kann ihn erreichen unter wir.müssenreden.de. Da reden also Max und Michael miteinander. Und hier wird jetzt nicht mehr miteinander geredet, denn wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Ich danke ganz besonders herzlich unserem lieben Gast, dem Sven, der so viele und so persönliche Worte geäußert hat. Ich freue mich sehr, dass ihr den Protonen Podcast weitermacht und da einfach weiter Energie reinsetzt und den Faden einfach weiterspinnt. Ganz toll. Und danke, dass du heute da gewesen bist und so schön davon und auch von dir erzählt hast. Herzlichen Dank. Ja, und ich danke auch. Es hat mir auch Spaß gemacht und gerne, gerne wieder. Und wir werden auf jeden Fall weitermachen. Das sind gute Nachrichten. Und Nachrichten, Termin-Nachrichten bekommen wir ja unter anderem immer vom Lars. Deswegen auch an ihn einen großen Dank. Und nicht nur für die Nachrichten, sondern auch für das alles andere, für das Mitreden hier. Ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist, Lars. Wie immer eine Freude. Ach, wunderbar. Und der Mensch, der das Ganze hier nicht nur technisch, aber auch technisch betreut, das ist der liebe Sebastian und auch an dich einen ganz besonderen Dank dafür. Ja, gerne. In Abwesenheit auch einen Dank an Marc. Er hat uns ja diesen Beitrag gemacht. Er hat sich gerade auch auf Twitter schon gemeldet. Also anscheinend kann er uns hören und ist quasi im Geiste mit dabei. Junge, komm bald wieder, hätte ich beinahe gesagt. Aber das soll ich natürlich nicht, weil das wäre ja zu freundlich. Das kann ich mir nicht. Dann würde ich ja hier mein Image kaputt machen. Das geht natürlich nicht. Schickst du uns noch eben mit so einem Ohrwurm raus, ja? Soll ich meinen Akkordion auspacken? Ich sing dir das so. Das muss jetzt nicht mehr. Ich finde bestimmt auch noch ein Fischerhemd irgendwo. Noch ein paar Bilder ins Auge, ins Hirn setzen. Okay, also der Dank geht auch vor allen Dingen an die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hier live mitgehört haben oder nachher in der Konserve hören. Wie gesagt, macht damit, was ihr wollt. Hört autonom, das ist immer das Allerbeste. Und natürlich diejenigen, die hier im Chat mitgeschrieben haben, wollen heute nicht ganz so viel los. Aber ein paar sehr spannende und doch auch sehr korrigierende Einwände sind da auch gekommen. Ganz herzlichen Dank, dass ihr das immer wieder mitmacht hier. Und ja, wir versuchen dann auch diesen Faden, unseren Faden weiter zu spinnen und den Sendegarten dann auch weiter leben zu lassen. So, jetzt nochmal alle in die Runde. Eine gute Nacht, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.